Bringt euch bitte wieder online für die vierte Folge der vierten Staffel Westworld. Wir sind in der Halbzeit und passend dazu haben wir auch einen Newcomer hier am Start, mit dem wir über einige Entwicklungen in dieser Folge werden sprechen müssen. Aber zuerst einmal, ja, er ist irgendwo fast schon ein Veteran mittlerweile, dieses Recaps hier neben mir, dem Dom, der Thilo ist hier. Hi. Hi, der alte Schwede aus München, grüßt euch mal wieder. In altbewährter Tradition, in blau und gelb. Und dann haben wir, wie versprochen, einen Newcomer hier. Ich glaube, dem Format Recap ist er nicht völlig fremd, aber in Sachen Westworld ist er ein kompletter Frischling aus unserer Redaktion. Der hochgeschätzte Kollege Paul ist heute mit dabei. Hallo, kaum nimmt ein Paul auf dem Regiestuhl Platz, bin ich auch hier. Ja, super. Habe ich natürlich alles kalkuliert, diese kleine Meta-Ebene. Ja, 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 ja. Halt typisch Westworld. Ja, Paul, es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Wir hatten dich ja irgendwie für gefühlt, glaube ich, sämtliche Ausgaben vorher angekündigt. Und jetzt hat es endlich mal funktioniert. Bevor wir in die Folge einsteigen, magst du vielleicht kurz so, also natürlich nur ganz kompakt umreißen, wie du zu Westworld gekommen bist, wie du so dazu stehst und wie dir auch bisher die Staffel so gefallen hat? Ja, also ich bin ja jetzt erstmal, was die Serie angeht, natürlich kein Frischling. Ich habe jetzt nicht plötzlich beschlossen, jetzt mit Folge 4 der vierten Staffel einzusteigen und jetzt mit euch das Recap zu schmeißen. Deswegen, ich mochte die erste Staffel sehr, als sie, ich weiß nicht, wie viele Jahre mal rauskam, da war ich sehr begeistert von dieser Serie, weil sie mir doch so viel auf der einen Seite Kopf zerbrechen und auf der einen Seite dann aber auch so viel Befriedigung durch die Auflösungen oder durch Twists oder durch irgendwelche Sachen gegeben hat, dass ich die wirklich sehr, sehr toll fand. Die Euphorie ist bei mir so ein bisschen mit den Staffeln abgeflacht und eigentlich kann man es so, es ist wirklich so ein Balken, der immer so kleiner wird und bis jetzt auch, muss ich sagen, mir in Staffel 4, beziehungsweise schon Ende der Staffel 3, aber jetzt auch Anfang der Staffel 4 so wirklich mit, wenn man die gesamte Serie betrachtet, mit am kleinsten ist. Ich finde, sie sieht immer noch sehr stylisch aus, ich finde, die macht von der Optik immer noch sehr viel her, aber das, was ich einst in der ersten Staffel, was mich da noch wirklich so gecatcht hat, das schafft diese Serie leider bis, ja, vielleicht, wir kommen ja jetzt auf die vierte Folge zu sprechen, das schafft sie nicht mehr so ganz. Also mit so der abkühlenden Liebe für die Serie über Staffel 2 und 3 hinweg stehst du ja nicht unbedingt alleine, die Reaktionen auf diese Staffel sind allerdings wieder relativ positiv, insbesondere die letzte Folge, die bei uns ja relativ ernüchtert aufgenommen wurde, kam ziemlich, ziemlich gut weg beim Publikum. Aber da kannst du dich dann auch nicht so anschließen wahrscheinlich, ne? Nein, nicht wirklich. Also ich gucke sie natürlich und offensichtlich gucke ich sie auch noch weiter, ich habe sie noch nicht ganz aufgegeben, weil ich immer noch glaube, dass vielleicht so hinter dem einen oder anderen noch etwas steckt oder hinter der einen oder anderen Szene, die mir in den ersten zwei Folgen vor allen Dingen sauer aufgestoßen sind. Und da denke ich, habe ich immer noch so die Hoffnung, okay, ist da noch was, aber ja, ich würde jetzt wahrscheinlich schon auf die Folge vorweg greifen, wenn wir da jetzt näher drauf eingehen würden. Achso, auf die Sachen, die dir sauer aufgestoßen sind in den ersten beiden Folgen, meinst du? Ja, und ob diese eventuell nochmal aufgegriffen werden, denn ich glaube, mit dieser Folge hat sich das aus meiner Sicht verabschiedet. Okay, ja, man muss ja sagen, diese Folge haut uns ja wirklich einiges um die Ohren. Es ist wirklich ein typisches Mid-Season-Finale, inszeniert vom selben Regisseur, der auch das letzte Mid-Season-Finale, also das von Staffel 3 gedreht hat, nämlich Paul Cameron. Ein Kameramann hat sehr, sehr oft mit Jerry Bruckheimer gearbeitet, bei Fluch der Karibik 5 beispielsweise, hat auch zuletzt die Kamera innegehabt bei Reminiscence, dem Kinodebüt von Lisa Joy und ist jetzt hier erneut am Start und zurück ist das Drehbuch-Duo der dritten Folge, also Kevin Lau und Susan Verble. Ich breche mir immer noch einen ab an diesem Namen. Und ja, es ist wirklich ein Mid-Season-Finale im wahrsten Sinne des Wortes. Man hatte ja schon wirklich einiges gehört, ich hatte ja auch schon es vorab gesehen. Ja, und wir versuchen das jetzt mal so nacheinander aufzudröseln. Nacheinander ist tatsächlich auch das Stichwort, denn den Hörerinnen und Hörern ist es vielleicht aufgefallen da draußen, dass wir versuchen wollen, das ein bisschen kompakter zu halten, indem wir jetzt wirklich die Storylines, die hier präsentiert werden, indem wir die eben hintereinander weg durchsprechen. Und nicht mehr den teilweise sehr sprunghaften Schnitten der Folge folgen. Wir versuchen mal, das hier nochmal erneut hinzukriegen. Es ist allerdings bei dieser Folge wirklich nicht ganz einfach, weil am Schluss ja wirklich in Tradition eines Mid-Season-Finales oder eigentlich, weiß ich nicht, das könnte auch gut und gerne eigentlich ein Staffel-Finale sein, was wir hier präsentiert kriegen. Ja. Es kulminiert eben alles. Wir haben ja drei Handlungsstränge, aber die kulminieren, auch wenn einer relativ für sich steht. Und ich würde sagen, mit dem steigen wir ein. Und das betrifft natürlich niemand anderen als Christina. Zu der eigentlichen Eröffnungsszene der Folge kommen wir dann, wie schon erwähnt, später. Was man dazu anmerken kann, wir haben einmal kein Cold Opener, ne? Oh mein Gott, Frevel, Frevel. Da bist du bestimmt gleich auf die Barrikaden gesprungen und hast eine böse, böse Mail geschrieben, oder? Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe zuvor, ich habe doppelt geguckt, weil ich gedacht habe, oh, habe ich jetzt das Cold Opener besprungen, weil ich schon so dran gewöhnt war. Ich wollte eigentlich zurückspulen und nochmal direkt an den Anfang habe ich gemerkt, ne. Tatsächlich genau dasselbe habe ich auch gedacht, wo ich dachte, oh, die Credits laufen, habe ich was verpasst? Ach nee, doch nicht. Ging mir absolut genauso. Ja, ich hatte auch, muss ich dazu sagen, die Folge hatte ich ja tatsächlich noch bei den Screenern gesehen und dann halt entschieden, dass die im Originalton doch teilweise nicht ganz unkompliziert ist. Und im Deutschen ist sie auch schon nicht unkompliziert. Zudem war sie auch noch unfertig. Also einige Effekte waren nicht final. Da standen lustigerweise dann immer die Effektfirmen mit Wasserzeichen drin. Die Effekte waren halt völlig unfertig bei dieser Folge und ich hatte da auch halt jetzt irgendwie doch so die Ahnung, ist vielleicht das Cold Open da auch noch nicht final und sie haben es noch gar nicht reingeschnitten. Also auch der Vorspann, da standen ja nicht mal Credits drin. Das war schon Interessantes zu sehen, aber ich bin jetzt doch froh, dass wir die reguläre Version haben. Aber wir steigen ja, wie gesagt, gar nicht mit der eigentlichen Eröffnungsszene ein, hier bei uns jetzt in der Besprechung, sondern eben mit Christina. Ja. Einmal mehr wacht sie auf in der Pose, die wir schon gefühlte tausendfach und Male gesehen haben. Aber, das war, sie hat verpennt. Sie liegt noch in den Federn und ihre Bestie kommt rein und sagt, ey, was ist mit dir los? Und er ist da verpennt und er merkt, dass sie das auch nicht gewohnt ist, aus ihrem gewöhnlichen Loop eigentlich auszubrechen. Vielleicht auch ungewollt. Ja, das Gespräch zwischen ihr und Maya ist gar nicht mal so uninteressant. Es geht ja erst hauptsächlich darum, dass Dolores erzählt, dass sie irgendwie nicht schlafen konnte und dass sie die ganze Nacht gemalt hat. Und wir sehen dann auch am Ende, was sie hier gezeichnet hat. Nämlich quer über das Gemälde, was irgendwie wahrscheinlich so einen Blick von ihrem Balkon runter zeigen soll, hat sie, ja, den Tower gemalt. Also, ist sie langsam aber sicher schon auf demselben Trip wie dieser Peter Myers, der sich ja umgebracht hat oder aber eben der Obdachlose, der ständig vom Tower rumspinnt in der Fußgängerzone. Ja, da kommt doch irgendwas auf uns zu mit dem Ding. Ja, ich finde, ich finde, dieser Auspuff aus dem Loop, der fängt schon früher an dem, wenn man schon die Stadt sieht, auf einmal hat die so einen richtig düsteren Touch, oder? Da ist auf einmal Rauch. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Das Rauch, das Regnet, das ist nicht mehr so hochglanzig wie in den ersten Folgen. Es sah so endzeitmäßig aus, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist einfach noch ein bisschen ... Vielleicht ist einfach mal schlechtes Wetter. Ja. Das ist gerade Dämmerung. Ja. So habe ich mir das dann erklärt. In Pleasant Will darf es auch mal regnen. Ja, auch wenn es keine Toiletten gibt. Ihre Mitbewohner Maya, also hier Ariana DeBose, taucht ja auch wieder auf und erzählt ihr dann, während Christina sich umzieht, erzählt die ihr von einem Albtraum. Und da fiel mir dann auch ein, dass die auch schon in Folge 1 erwähnt hätte, dass sie nicht gut schlafen kann und Albträume hat. Und zwar folgenden Albtraum. Sie ist ein Kind, sie ist ein Kind, sie macht ein Picknick mit ihren Eltern und sie werden alle irgendwie von lästigen Fliegen heimgesucht. Nacheinander. Und Maya dann auch und dann wacht sie irgendwann auf und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hat es sehr an was erinnert, was wir aus Staffel 1 noch kennen. Hattet ihr auch so ähnliche Assoziationen? So Staffel 1 jetzt mit Fliegen wieder oder? Äh, nee, mit Albträumen. Albträumen, okay. Klär uns auf. Es heißt ja, also es wird ja relativ früh hinterfragt von Technikern in Staffel 1, ob die überhaupt träumen. Und dann meint ja Elsie Hughes, Gott hab sie selig, ja nee, wir wären ja gefickt, wenn die sich daran erinnern würden, was die Gäste alles mit ihnen anstellen. Aber wir geben ihnen eine Vorstellung von Träumen, größtenteils Albträume. Und da sah ich eine gewisse Parallele, was irgendwie auch schon darauf hindeutet, dass sie wohl auch irgendwie ähnlich konditioniert sind. Aha, was du alles noch weißt. Ja. Ja, der Kollege Christopher könnte wahrscheinlich auch noch einen draufsetzen, weil der hat erst frischen Rewatch der kompletten Serie hinter sich. Oh mein Gott. Naja. Ist auch manchmal nötig bei dieser Serie, ist es leid. Ist richtig. Na, auf jeden Fall haben wir dann auch die Querverbindung zu den Fliegen wieder, die wir ja seit der ersten Folge gesagt haben, die werden uns noch länger verfolgen. Ganz ehrlich, ich verstehe, ich verstehe, ihr habt noch nicht so richtig raus, warum sie es jetzt ausgerechnet mit diesen Fliegen haben, also ja, weil sie klein sind, aber für mich, also in ihrer, in ihrer Omnipräsenz gehen sie mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven. Sie kommen mir so ein bisschen vor, wie, ich weiß nicht, wer den neuesten Jurassic World schon gesehen hat. Oh, ja, da muss die auch dran warten. Ja, zeigt dort, dort, ein kleiner Spoiler jetzt, dort zeigt man größtenteils Heuschrecken statt Dinosaurier. Ja. Und hier, gut, natürlich sind diese Fliegen nicht nur, also sie sind ja auch irgendwie modifiziert, also es sind ja keine normalen Fliegen, aber dieses Fliegen-Thema, das, da denke ich mir immer, ach, das lenkt mich so, weißt du, ich will, ich, ich will eigentlich keine Fliegen oder so sehen, ich finde das so ein bisschen. Du wirst Host. Ja, ich will, ich will, was, was anfasst. Es geht mir auch so, es ist so ein bisschen wie so ein Insekten-Horror-Film geworden da, und da sind wir wieder bei Mosquito State, nein. Das zieht's weg. Jedes Mal. Jedes Mal. Nee, aber es ist nun mal so. Ich will diesen Film einfach vergessen. Oh, da musst du ein bisschen mehr trinken, glaube ich. Aber, nee, aber es ist ja so, es gibt ja diese, diese Art von Horrorfilm und das ist, ja, das ist so, ein wiederkehrendes Thema und ich find's auch, ich hab jetzt normal nichts gegen so ein Thema, aber ich find's jetzt in der Serie, ja, ist es ein bisschen Fehlerplatz, find ich, und ja, es stört mich auch ein bisschen, weil diese Fliegen, die sind so eklig und so und das hat nichts mit dieser glatten, glatten Park-Ästhetik irgendwie ja auch nichts zu tun, ne. Also ich versteh schon, was der, was der Paul damit meint. Ja, vielleicht soll's natürlich auch ein gewisses Kontrastprogramm sein, ne, dass das irgendwie auch so was ... Ja. Also ich bin auch mittlerweile, also Thilo, da hatten wir, haben wir ja irgendwie auch, das ist ja fast schon ein Running Gag, die Diskussion darüber, sind die Fliegen jetzt Nanobots oder nicht? Ja, ja. Wir haben Larven gesehen. Ja, stimmt. Wir haben Larven gesehen in Folge 3. Ja. Aber ich sag nur, im Vorspann sieht man, wie sie hergestellt werden. Ja, natürlich, ja. Und ich muss ja, ich muss auch sagen, also die Fliegen sind ja jetzt auch nicht erst seit Staffel 4 Teile der Serie, also sie gab's ja schon immer auch, also noch nicht so prominent, aber da haben sie mir irgendwie noch so als kleiner Faden oder als kleines Motiv, das Fliegenmotiv, da hat's mir noch wesentlich besser gefallen, als wenn sie jetzt hier immer so omnipräsent irgendwie da Handlungsträger sind, ja schon fast. Ja, die sind auf jeden Fall ein wichtiges Handlungselement, ne, was sich durchzieht. Also ich kann verstehen, wenn einem das ein bisschen auf den Keks geht, ich find's tatsächlich sehr effektiv und ich find auch die Szenen damit, also die in der letzten Folge mit dem Hostkopf und den Fliegen, die fand ich großartig. Mhm. Tatsächlich. Generell dieser Horrortouch dieser ganzen Staffel gefällt mir. Ja. Äh, auch, auch das hier mit, mit Christinas, äh, äh, Bild, dass sie irgendwie anfängt da den Tower zu zeichnen, das erinnerte mich auch schon wieder an sowas wie The Ring eben, wo irgendwann die Besessenen auch nur noch diesen, diesen riesigen Kreis da zeichnen beispielsweise, ne. Das ist ja ein beliebtes Motiv, gerade auch in so Stephen King Romanen oder Verfilmungen, dass da immer ein Symbol auftaucht, was irgendeiner dann irgendwo hinmalt oder was plötzlich als Graffiti auftaucht. Also im Grunde ist das ja schon ein bisschen abgedroschen. Eigentlich schon, ja. Ja, für mich ist es irgendwo effektiv, aber, also ich, ich kann schon verstehen, wenn man's, wenn man's als abgedroschen bezeichnet. Äh, ja, Maya will auf jeden Fall irgendwie auch auf andere Gedanken kommen. Sie will sich und Christina auch so ein bisschen auf andere Gedanken kriegen und überredet dann Christina erneut zu so einem Blind Date, wo Christina eigentlich nicht wirklich hin will, aber sie lässt sich dann mal wieder breitschlagen. Äh, also gehen beide wieder, äh, aus abends, dann in der späteren Szene. Maya hilft ihr dann auch, sie sich ein bisschen zurechtzumachen mit Lipgloss und der fällt dann aber auf den Boden und wer hebt ihn natürlich auf? Wer hebt immer etwas auf, wenn Dolores etwas allen lässt? Ah, ich hab mich so gefreut. Da fand ich die Anspielung wieder toll auf Staffel 1. Ich weiß nicht. Ich hab mich auch einfach diebisch gefreut, ihn wiederzusehen, auch wenn er so ein bisschen schmierig drüber kam bei diesem Blind Date. Er sieht so ein bisschen komisch aus mit, mit Anzug irgendwie geschniegelt, der Hut fehlt, der Hut fehlt. Er sieht, er sieht zwar schon toll aus, so ein Schwiegermütter-Traum auch und so, aber er war, er war so ein bisschen zu gelackt, aber das war ja auch eigentlich in Staffel 1, also sein Host, sein Programm war ja so dieser, dieser Sonny Boy, dieser, ja, ja, dieser Gutmensch, dieser White Hat, ja, also insofern hat das schon wieder gepasst irgendwie, aber wie gesagt, ich hab mich einfach gefreut, ihn wiederzusehen. Ich auch. Die Schauspieler einfach, ja. Ich auch, ich muss sagen, ich mag den, also die, die Teddy-Rolle, äh, hab ich mit Staffel 2 tatsächlich zu schätzen gelernt, weil der da ja auch durchaus eine Entwicklung durchmacht. Richtig, und der hatte da ja so einen, so einen moralischen Kompass entwickelt und, die da gegen, also als Gegenpol zu Dolores, die ich ja echt, da echt nicht, nicht leiden konnte. Äh, und das hat mir dann, er war, ja, er war halt, er war halt das gute Gewissen, er war der, ja, der gute Gegenpol und deswegen hab ich ihn irgendwie auch so ein bisschen ins Herz geschlossen in Staffel 2. Und dann das tragische Ende von ihm natürlich, ne? Oh ja, auch eine, eines der tollsten, äh, äh, Bilder auch, wie ich finde, wie er dann da, ne? Erschossen liegt und dann Dolores, äh, Paul, wie, wie, äh, siehst du das mit James Marston? Hättest du den? Hättest du den hier gebraucht, oder? Ich bin ganz ehrlich, ich hätte diese ganze Christina-Szenerie in der Folge gar nicht gebraucht. Ich finde, das, was sie, was sie hier machen, hat, ist eigentlich nur Antisern und zwar die ganze Zeit und das ist ehrlich sowas, die Fliegen-Story, pff, äh, dann, ja, okay, wir malen nochmal den Turm hier nach dem Motto, zu Beschauern, pass auf, da Turm wichtig wird noch, ne? Und dann erklären wir es halt mit, äh, Albträumen oder mit, äh, die hat die Nacht durchgemacht. Und dann auch noch Teddy und auch Teddy war, also, James Marston, aber war auch für mich noch dann die Krönung auf diesem Handlungsstrang, der auch eine, guck mal, hier, da passiert vielleicht nochmal, oder erinnert ihr euch noch, oder hier, und, äh, ich weiß nicht, also ich hab mich so, natürlich wird's irgendeinen Sinn oder es wird vielleicht noch irgendwo hin führen und es wird wahrscheinlich auch wieder aufgegriffen werden, aber innerhalb von der Folge empfand ich diese, diesen Handlungsstrang am ehesten, jetzt auch im Nachhinein betrachtet, als ein Fremdkörper. Vielleicht schließt sich dann so, dann am Ende, und es wird ja jetzt sicherlich auch in der nächsten Folge dann daran ansetzen, aber ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht auch schon hätte in eine der früheren Folgen oder so einbinden können. Ja, vielleicht hätten sie es sogar eher schon in Folge 3 bringen können, ne? Und dann wäre die hier vielleicht noch ein bisschen fokussierter auf eben den Hauptplot gewesen, weil hier, also deshalb hanken wir das ja auch jetzt relativ am Anfang ab, weil, also es, äh, irgendwo kommt ja in dieser Folge am Ende alles zusammen, auch dieser Handlungsstrang hier, aber nicht explizit diese Szenen hier, ne? Aber hatten wir nicht mal eine, äh, völlig Christina-Freie-Folge schon in dieser Staffel? Ja, die dritte. Ja. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, ja, die dritte war's auch schon. Eben. Deswegen haben sie sie wahrscheinlich auch mal wieder. Ich glaube auch, dass das so ein Lebenszeichen war. Ja, auch eben dieses Antisern wieder, also es wirkte halt für mich, vergesst es nicht, guck mal hier, guck mal hier, das hier. Und ich glaube, also ich traue den Westworld-ZuschauerInnen, also auch uns mit eingeschlossen, traue ich eine Menge zu und auch, dass mit dem Turm oder sowas solche Motive, die halt, wie Thilo auch schon gesagt hast, jetzt auch nicht das Allerneuest sind, dass man die aber doch, doch über ein, zwei Folgen dann schon im Kopf behält. Und dass man es nicht jede Folge aufs Neue wieder so bildlich ins, also zeigen muss. Aber ja, ich meine, die war auch nicht sonderlich lang. Man darf aber nicht vergessen, dass ja, dass, dass ja aber tatsächlich bei Sky, äh, wirklich nur jede Woche eine Folge gezeigt wird. Es gibt ja immer so manche Serien, die kann man bingen, die kann man einfach komplett runterladen. Äh, und es gibt so Serien, da machen sie es, weil das Studio das so will, äh, wo es ist einfach jede Woche eine neue Folge rausbekommen. Und ich glaube, das ist dann ein Grund, dass sie sagen, ja, okay, ein bisschen so, äh, wenn wir schon kein Previously Happened On machen, äh, dann, dann machen wir das halt so irgendwie. Also, das ist, darf man auch nicht, äh, vergessen, so eine Woche ist schon eine Menge Zeit, wenn man es nicht, äh, alles zweimal anschaut. Ja, trotzdem. Also so ein, gerade so ein, so ein Bild oder so ein Motiv, dann hätte vielleicht am Ende, da gibt's ja dann noch so ein Shot und dann hätte bestimmt spätestens da bei dem einen oder anderen Klick immer, ach, den Turm gibt's noch, genau. Aber wie gesagt, ich will mich auch nicht zu viel über diesen Handlungsstrich aufreden, weil er nimmt jetzt nicht zu viel Zeit von diesem, äh, von dieser Folge ein. Da gibt's dann hier und da vielleicht noch so ein paar andere Sachen, wo ich dann eher an den Kopf hasse, aber ja. Ja, da sind, da sind noch ein paar andere Sachen. Also das, also ich, ich, ich kann die Kritik nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist das mit dem Turm, äh, also das ist ja nicht einfach nur da, um den Zuschauer zu erinnern, sondern das soll natürlich irgendwie auch so, klar, es soll natürlich auch Mysterium aufbauen, was in der Hinsicht vielleicht so von den, von den Tropen her ein bisschen abgegriffen ist, aber, äh, es veranschaulicht natürlich auch irgendwo diese Besessenheit der Figuren, ne? Also ob du jetzt diesen Peter Myers hast oder, äh, also du, du merkst das halt, was, was sowohl dieser Obdachlose als auch Peter Myers hat, das beginnt halt so langsam auch bei Dolores hochzukochen, ne? Also, äh, deshalb hat mich das auch an sowas wie The Ring erinnert, ne? Ja, es kommt näher, es kommt näher. Genau. It's coming closer. I can feel it. Ja. Ja. Ja, äh, sie und Teddy haben dann tatsächlich ein Blind Date. Wer hätte es gedacht? Äh, er zitiert auch wirklich genau denselben Text, als er ihren Lipgloster aufhebt. Das ist halt eben keine Dose. Also, die lernen sich dann irgendwie neu kennen und haben doch beide irgendwie das Gefühl, sich ewig zu kennen. Und ich muss sagen, ich fand das, ich fand das ganz nett, weil sie greifen so ein bisschen so dieses, dieses kitschig-blumige, was sie ja in der ersten Staffel hatten und was ja auch bewusst so, so pathetisch geschrieben war, greifen sie ja auf und machen sich auch ein bisschen drüber lustig, hatte ich den einen. Das fand ich ganz sympathisch. Ja, ja, es kam so insgesamt, war das halt so schnulzig und kitschig, aber so war es ja auch geschrieben in der ersten Staffel. Deswegen hat es dann irgendwie auch wieder Sinn gemacht. Genau. Und die Funken sind ja geflogen zwischen den beiden, das kann man ja so sagen. Ja, eine Chemie haben die auf jeden Fall und er geht halt deutlich mit ihr anders um als dieser andere Typ da, der ja wirklich einfach nur ein Lauch war in der ersten Folge. Dafür gibt es eine Pille. Genau. Dafür gibt es auch eine Pille. Es gibt eine Pille für alles und hier NPCs sind ja eh nur Kanonenfutter und so weiter und so fort. Genau, genau. Das war schon ein bisschen ignorant. Er hat dann natürlich ein bisschen mehr Feingefühl. Er ist eben, er ist ein Kopfgeldjäger mit Herz aus Gold, sagt er dann ja auch einmal oder er war das. Boah, ja. Das war doch Cold Seavers. Vor allem verweist er noch darauf und das ist natürlich auch wieder, naja, dass man eben eigentlich in seiner Existenz in einem Loop ist, ne? Also, dass man eigentlich jeden Tag die gleiche Routine hat, dass man aufwacht, zur Arbeit geht, nach Hause geht und alles geht wieder von vorne los. Da kann man sich ja irgendwo auch generell mit identifizieren. Und dadurch, dass Dolores jetzt hier auch als Rädchen im Getriebe gezeigt wird, hat das dann nochmal tatsächlich ein bisschen einen geerdeteren Touch hier in dieser Staffel. Ja. Ja, also ich fand die Szene ganz nett. Die haben schon eine schöne Chemie tatsächlich, Evan Rachel Wood und James Austin. Ja, die stoßen dann an auf Dolores Wohl oder auf ihren Pfad. Das war natürlich auch wieder. Auf ihren Weg, ja. Das war auch wieder so ein bisschen, hä? Aber ja, wir erfahren dann ja wahrscheinlich erst nächste Woche, wie es weitergeht mit Christina. Es ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Nein. Was dann ein wenig nicht ganz so kryptisch diesmal daherkommt wie letzte Woche ist, die Handlung um Bernard, die ja bekanntlich in so einem, ja, Mad Max-Szenario spielt. Und da geht es dann jetzt auch nahtlos weiter. Die waren ja zuletzt auf diese Widerstandskämpfer getroffen und auf diese, die sie dorthin brachte, wo jetzt auch aus dem Making-of hervorging, sie heißt C, zumindest für diese Folge. C. Genau, C. C. Und der Anführer heißt J. Ich dachte mir auch so ein bisschen, ist das so ein bisschen wie bei Man in Black Agent J und Agent K. Also vielleicht tauchen Will Smith und Tommy D. Jones ja noch auf, ne? Ich glaub nicht. Die blitzdingsen dann am Ende alle und dann ist, da kommen die ganzen Fliegen aus den Hirn und dann ist finito. Naja, die Rebellen haben tatsächlich auch ordentlich was an Equipment, die haben nämlich eine ziemlich riesige Windmaschine, die wollen sie aber nicht einsetzen. Also auch der Anführer Jay, also hier Danny Wu, hält das für Quatsch, was die da erzählen, dass sie jetzt da irgendwie eine Waffe am Arsch der Haider, also in diesem Land der Verdammnis, suchen wollen. Und er spricht nämlich davon, und das war ein interessantes Detail, wie ich fand, er spricht nämlich davon, dass sie eine andere Mission hätten, dass sie nämlich eine Ausreißerin irgendwo aufsuchen müssten. Ja. Den Ausdruck Ausreißer, also Outlier, haben wir ja zuletzt gehört, eigentlich nur in Staffel drei. Ausgehend von den Ereignissen in dieser Folge könnte man davon ausgehen, dass es möglicherweise Christina ist, ne? Ich, ja, ich konnte mir auch keinen Reim drauf machen, wen sie meinen, aber es wird wahrscheinlich wieder eine schöne Enthüllung werden. Sie sagen ja auf jeden Fall wirklich explizit Ausreißerin, ne? Ja, richtig. Aber es gibt ja eh fast nur weibliche Hauptdarstellerinnen in Westworld. Ja, viele tatsächlich, ne? Ist eine ziemliche Frauenquote. Also jetzt auch Aurora Pirineo. Ja, eben. Jedenfalls will Jay erst Bernard und Stubbs liquidieren, weil er meint, sie haben jetzt keine Zeit und keine Ressourcen für so eine Schatzsuche. Und C stellt sich dann aber dagegen. Und man merkt, dass Bernard ganz genau weiß. Also Stubbs ist dann irgendwie am Überlegen, gehen wir jetzt drauf oder gehen wir nicht drauf Bernard? Und Bernard kennt eben die Loops. Also wirklich von Abertausend-Durchgängen wahrscheinlich in seinem Kopf oder Millionen, ich weiß es nicht. Also halt im Host-Paradies. Dann schließen die eben einen Deal, als sich eine andere Rebellin dazwischenschaltet, die anscheinend auch zu C irgendwie ein Verhältnis hat, glaube ich. Ja, sie küssen sich jedenfalls. Genau, das wird später kurz angedeutet. Auch relativ beiläufig eigentlich. Und der Deal ist dann eben, sie soll jetzt suchen, was sie dort will, ansonsten soll sie die beiden liquidieren. Und als Unterpfand behalten die Rebellen Stubbs. So sieht's aus. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich hoffe, ich hoffe, dass das nicht so lange ist, weil Stubbs lockert diese Bernard-Handlung wirklich unglaublich auf, immer noch. Also das kann ruhig mal ein bisschen Comic-Relief vertragen. Ja, ich finde den wichtig, ja. Ja, nee, also der ist wirklich wichtig, um da ein bisschen Humor reinzubringen, weil Bernard selber ist ja auch ziemlich ... Ein sehr trockener Charakter, ja. Ja, der ist jetzt halt auch echt im Doctor-Strange-Modus, ne, die ganze Zeit. Ja, er ist immer so, wie nennt man das so, Brooding, Brooding, glaube ich, nennt man das. Ja, wirklich, ein Dauerbrooding, auf jeden Fall. Ein Brooder, ein Dauerbrooder. Ein Dauerbrooder. Aber man merkt auch in einer Szene, das fand ich sehr interessant, dass Bernard da mit seinem Brooding und seinen Doctor-Strange-Fähigkeiten dann doch an seine Grenzen stößt, denn sie fahren zu dem Bestimmungsort mit dieser riesigen Windmaschine. Sie hat ihn tatsächlich auch schon ein paar Mal getötet, erwähnt er dann, aber als sie dann in das Gebiet kommen, nähert sich eine feindliche Drohne. Die Rebellen tarnen sich dann mit so einer Plane, die sie über sich werfen, also dann halt eben im Sand, dass sie dann nicht registriert werden von dem Algorithmus der Drohne. Und da merkt man schon, dass Bernard an der Stelle schon an seine Grenzen stößt, weil das ist so etwas, was er nicht so einschätzen kann mit seinen Fähigkeiten, weil diese Drohne ist ja irgendwo die anderen Personen um ihn herum. Also das kann er nicht so ganz direkt beeinflussen, da weiß er auch nicht hundertprozentig, was kommen wird und sie rettet ihn ja wirklich in letzter Sekunde vor dieser Drohne, weil er irgendwie nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Ja, oder er war so ein bisschen ferngesteuert, wirkte so ferngesteuert, weil er, der hat ja mitgekriegt, hallo ey, da kommt irgendwas, wir müssen uns tarnen, ist gefährlich und er geht einfach drauf los, so wie, ja, wie ein programmierter Haust halt. Ja, ja, also ich glaube, dass er da halt mit seinen, was auch immer Fähigkeiten da schon an eine Grenze gestoßen ist, weil das eben auch irgendwo eine willkürliche Situation ist, die er nicht ganz so direkt beeinflussen kann, weil er eben jetzt auch mehrere Personen sind. Ich hab's nicht ganz verstanden, ich hab's nicht ganz verstanden, warum er das gemacht hat, das war völlig unlogisch, sein Verhalten. Ich glaub, der war kurzzeitig irgendwie so, ja, in so einem Tunnel oder ausgeschaltet oder war eben nur auf seine Mission fixiert, weil als er dann unter diesem, äh, dieser Plane war gerettet, dann hat er plötzlich so einen Käfer gesehen und plötzlich hat er wie so ein kleines Kind mit dem Käfer gespielt. Also das war schon eine strange Szene, ich bin mal gespannt, ob wir da mehr darüber erfahren, warum der so gehandelt hat. Ja, das mit dem Käfer ist allerdings auch in seinen Visionen aufgetaucht in der dritten Folge, das heißt, vielleicht hat er auch irgendwo nach dem Käfer gesucht, als Bestätigung für sich, dass er noch auf dem richtigen Pfad ist, sonst, ich weiß nicht, wie, wie hast du das verstanden, Paul? Ich bin ehrlich, ich hab diese, diese ganze Szene überhaupt nicht weiter, äh, interpretiert. Das war auch so, das ist der zweite Handlungsstrang, bitte schafft ihn doch jetzt einfach zu dem Ort, wo er buddeln kann, ja, und zeigt mir eigentlich das, was hier, was hier das Main Theme der Folge ist. Und ich, Entschuldigung, ich kann dir da leider, äh, bei deiner Deutung, bei deiner Deutungsweise nicht weiterhelfen. Okay. Ja, ich fand das, ich fand das mit der Drohne, äh, ganz nett tatsächlich. Also, äh, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass dieses ganze Gebiet jetzt nicht irgendwie einfach so, äh, leicht erkundet werden kann. Also, das hat das ja vor allem auch unterstrichen. Und ich fand es, weiß nicht, also ich, ja, gut, wie die Sicht da tan, ist zwar sehr, sehr simpel, mit einer Plane einfach nur, aber es war ja zumindest effektiv in der Hinsicht. Und wie gesagt, ich fand's interessant, wie Bernard da so ein bisschen seine, seine Grenzen aufgezeigt werden. Ja, aber dann verlassen wir eigentlich auch schon diese Handlung, weil, äh, zum Ende hin kulminiert ja alles in dieser Folge. Und wir kommen zu dem, was eigentlich wirklich den größten Löwenanteil an dem Ganzen ausmacht. Mhm. Und genau da einsteigt mehr oder weniger, wo wir beim letzten Mal ausgestiegen sind, mit diesem wahnsinnig fiesen Cliffhanger, ne? Mit den Fliegen aus dem Kopf von der Kleinen. Genau. Von denen aber seltsamerweise nichts mehr zu sehen ist. Also, man sieht dann Caleb und man hört dann auch Maeves Stimme, aber die Fliegen sind alle irgendwie verschwunden. Da könnte man jetzt natürlich überlegen, waren die überhaupt jemals da oder aber sind die sämtlich in seinem Kopf? Ja, man sieht so zwei, drei, äh, an der Glasscheibe immer noch, äh, rumsummen. Also, es sind nicht mehr, sieht man öfters tatsächlich, aber wirklich nur so zwei, drei und nicht mehr so wie zwei, drei, dreihundert oder tausend. Überspringen dir das Flashback? Äh, nee, auf keinen Fall. Gut, okay. Weil das Flashback ist wahnsinnig wichtig. Ja. Ja, genau, weil das war ja quasi der, also, ich hab's auch so begriffen, wir hatten zwar keinen Cold Opener, aber irgendwie war dieser kleine Einblick, dieses Flashback da, schon irgendwas wie erstmal so ein Handlungseröffner. Und ich kann mich nicht mehr genau an die Überblende, aber wahrscheinlich wird's an der Überblende gelegen haben, dass sie das nicht als Cold Opener genutzt haben. Mhm. Äh, aber ja. Ja, stimmt. Ich hab mir auch gedacht, das hätte gepasst, auch, äh, bevor die Credits laufen, das zu zeigen. Aus irgendwelchen Gründen haben sie sich dagegen entschieden, aber da ist rum. Ja, wirkt da auch so ein bisschen, bisschen komisch tatsächlich. Also, ich glaub, als Cold Opener konnten sie's auch nicht nehmen, weil's dann, also, vom, vom Schnitt her ist es da tatsächlich auch nicht so elegant. Ich hatte ja, wie gesagt, die Folge gesehen, als sie unfertig war und dachte, vielleicht würden sie da nochmal dran schrauben, aber... Nö. Hier sind eigentlich nur die Wasserzeichen entfernt. Äh, Gruß an die deutsche Firma Pixomondo, die hier unter anderem da beteiligt war. Okay. Ja, wir haben einen Flashback, den ich schon sehr lange vorhergeahnt habe und, äh, der ja immer wieder angedeutet wurde, schon in der allerersten Folge und dann zog es sich auch so durch die zweite und dritte immer mal wieder in kleinen Andeutungen. Äh, wir haben einen Flashback zu diesem Leuchtturm am Meer, wo, äh, Caleb und Maeve eine Facility von Rehoboam zerstört haben und es ist wahrscheinlich auch tatsächlich ein Schauplatz, äh, aus Staffel 3, wo, also, das könnte möglicherweise auch eine dieser Vorgängerversionen von Rehoboam sein. Also, so war, also, die allererste war ja Solomon und dazwischen gab es ja noch irgendwie fünf andere oder was, die auch alle nach, äh, jüdischen Königen benannt sind, oder was. Und, äh, man merkt dann auch, dass sie, äh, also die, die restlichen Streitkräfte von Inside, dass sie anscheinend diese Facility besonders beschützen wollen, weil die ist wirklich sehr stark bewacht mit Überwachung und allem. Ja, aber so fähig sind die Wachleute da nicht. Ah, das übliche Kanonenfutter halt an Guards. Das ist das letzte, das ist das letzte Aufgebot. Das ist das letzte Aufgebot. Weil der letzte hat ja dann doch noch was drauf gehabt, ne? Aber wir kommen dazu gleich. Der hat schon noch was drauf gehabt, ja. Der aller, allerletzte. Ich, ich muss, äh, dazu sagen, ich fand diese Szene tatsächlich, äh, von der Kamera her ziemlich toll. Ja. Also, da, da merkt man halt, dass hier, äh, sowohl Paul Cameron, dass er ja nicht ein Kameramann ist, aber der hat auch einen sehr guten Kameramann hier an seiner Seite, Peter Finkenberg, das ist tatsächlich ein Finne, also Props daran. Am Anfang, als sie sich dann näher in der Facility, da fragt halt Caleb Maeve, ja, äh, was, was kommt wohl nach dem Krieg? Und Maeve, äh, sagt dann, ja, für uns dann mehr oder weniger normales Leben und man merkt auch, Caleb kann sich halt irgendwie gar nichts wirklich darunter vorstellen, weil man muss sich halt vor Augen halten, dass er nie wirklich ein Leben in Freiheit hatte. Er hat ja sein Leben lang eigentlich unter Rehoboam gelebt, ne? Ja, oder dem Militär halt, je nachdem. Entweder da oder halt dann in diesen, diesen, äh, äh, dieser Inside-Einrichtung, wo er umprogrammiert werden sollte, ne? Ja, ja, genau. So Essenborn-mäßig eigentlich schon. Ja, stimmt. Sie dringen dann jedenfalls in das Gebäude ein, bringen dort Sprengsätze an, äh, stoßen dann auf Widerstand, aber ja, es ist so ein letztes Aufgebot, sie jagen dann, äh, dieses Rehoboam-Gebilde in die Luft. Und, äh, da ich ja auch diese, diese Unfinished-Version dieser Folge gesehen habe, äh, ich glaube, das war tatsächlich ein handgemachter Effekt, wie sie das da hochjagen. Das, das wollte ich dich fragen, wie, äh, wie das aussah bei der nicht fertigen Version, weil dieser Effekt, der sah einerseits, sah der richtig geil aus, weil du richtig geglaubt hast, dass diese Kugel Gewicht hat. Ja. Also, das war ja so eine Rehoboam-AI-Kugel, äh, und als sie dann runterkracht, das sah richtig geil aus, nur als dann der, der, äh, die Staubwolke hochkam, dann sah es voll nach CGI aus. Das war so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, aber deswegen wollte ich fragen, wie das in der unfertigen Fassung aussah. Also, mir ist da kein großartiger Unterschied aufgefallen, bis auf das eben die Wasserzeichen wegfahren. Okay. Und, und der Ton, glaube ich, auch. Also, ich, ich glaube, die, die, äh, Szene hatte hier, glaube ich, keinen Ton richtig. Das, das war ein bisschen seltsam. Naja, äh, egal, ist ja, ist ja, gehört der Vergangenheit an. Ja. Äh, jedenfalls, sie schaffen es raus, also, sie schaffen es, das Gebäude hochzujagen und diese riesige Murmel zu vernichten, aber nicht ohne Verluste, denn Caleb wird von einem Wachmann schwer verletzt, und das hat man ja auch schon im, äh, Anriss gesehen in der allerersten Folge. Maeve schleppt den dann irgendwie zum Strand und will die Blutung stoppen, aber man merkt, ja, Caleb liegt hier wirklich schon irgendwo im Sterben und fängt auch schon an, sich zu verabschieden von wegen, ja, ich werde irgendwie nie erfahren, was ein Leben in Freiheit ist. Also, er spuckt, er spuckt ja auch Blut, deswegen merkt er, okay, meine Lunge ist getroffen, das kriegen wir nicht mehr hin. Ich glaube, in dem Moment hat er gewusst, das ist nicht mehr zu patchen, ähm, das war's dann. Ja, also, der, der fängt wirklich schon an, sich zu verabschieden eigentlich von Maeve, ne? Ja, und, äh, die sagt ihm dann aber, dass sie sich in sein limbisches System hacken kann und ihm eben zeigen kann, was, was, was Freiheit für sie bedeutet oder was. Also, eben eine Vorstellung vielleicht auch, ja, um, um, um ihm eigentlich einen, ja, angenehmen Tod zu bescheren, ich weiß es nicht. Jetzt ist die Frage, hattet ihr das noch auf dem Schirm mit dem limbischen System? Ich hab leider auch nicht, deswegen dachte ich, ich kann das hier so ein bisschen als Selbsthilfegruppe benutzen, dieses Recap, weil ich, ich hab's dann auch später, wir kommen ja noch, dann, es geht ja noch weiter, es geht ja noch weiter. Ich hab nicht kapiert, ob sie damit ihn irgendwie länger am Leben halten konnte oder ihm, wie gesagt, nur irgendwas projizieren oder zeigen. Ich hab's nicht verstanden, weil anscheinend hat er ja dann doch überlebt, also, da kommen wir jetzt ja noch zu, aber anders hab ich's nicht verstanden. Deswegen dachte ich, war das irgendwas, was ihm geholfen hat oder vielleicht einfach, dass es ihm Hoffnung gegeben hat, das ist ja auch immer so ein Thema. Wenn du Hoffnung hast, dann überlebst du auch tödliche Wunden, weil du hast ja was für zu leben. Vielleicht war's das. Ja, so hab ich's dann auch. Ich hab mich tatsächlich auch dieselben Fragen gestellt wie Thilo. Also, ich hab da auch gegrüßt, aber ich bin dann letztendlich auch zu diesem Schluss gekommen. Ja gut, ne? Also, auch, wie sie später dann miteinander reden oder was dann noch da an Szenen dort stattfinden, in diesem Schmugglerwagen dann dort, das hat mich dann das so zumindest interpretieren lassen, dass ja, es dann doch nicht ganz so schlimm ausgegangen ist, wie es dann in der sehr blutüberstrebenden Szene da tatsächlich aussah. Genau. Soll man auch so ein bisschen denken, natürlich, ne? Ja. Also, das limbische System ist, da musste ich auch tatsächlich überlegen, aber man sieht das, als Caleb da so den Mund öffnet, sieht man, dass er, also, das hatte William auch verpasst bekommen, als er in die Psychiatrie kam. Das sieht so ein bisschen aus wie, oder es wird auf jeden Fall reinmontiert wie eine lose Zahnspange. Äh, das ist auf jeden Fall irgend so ein, ja, so eine, so eine Gebissmontur ist das eigentlich. Und darüber haben sie, äh, Caleb ja auch in der dritten Staffel, als sie ihn da mal gefangen genommen hatten, hatten sie ihn da auch irgendwie, äh, drüber gefoltert. Und, also, äh, die hatten ihm darüber zum Beispiel suggerieren können, dass er ertrinkt oder erstickt oder sowas ähnliches. Äh, und ich denke mal, das ist vielleicht auch ein bisschen aus, aus seiner Militärzeit vielleicht eigentlich noch das Ding. Aber das, das hatte William, also das bekommt William in der dritten Staffel in dieser Psychiatrie da eingesetzt. Tatsächlich, das hängt eventuell auch mit dieser Therapie zusammen, ne, weil man erinnert sich, äh, als Caleb da umprogrammiert wurde von Inside, da hatte er ähnlich so eine Augmented Reality-Brille auf wie, wie William. Hm, okay. Ja, auch, äh, auch da ging's mir so, dass ich tatsächlich dann in diese Szene gar nicht so viel reingelesen, beziehungsweise mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht hab, aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, dass die das Flashback am Anfang ziemlich durchrushen. Alles, was wir jetzt, über was wir jetzt reden, findet in vier, fünf Minuten maximal statt. Mhm. Weil man das dann da halt noch eine Parallele zeigen oder das nochmal wieder aufgreifen wollte. Also diese Szene hat sich, je länger die Folge dann gedauert hat, für mich, äh, na, doch einen Geschmack hinterlassen, dass ich sag, okay, euch ging's eigentlich jetzt nicht darum, das jetzt zu zeigen, dass er hier verletzt oder da irgendwie das Mitgefühl zu erzeugen oder euch ging's nicht um den Charakter, sondern vielleicht dann doch nur darum, später darauf zurückzugehen und da auch wieder zu, guck mal. Ja, ist natürlich Teil des großen Twist-Szenen, sie hier aufbauen in der Folge, ne? Ja. Also mit dem limbischen System, das geht tatsächlich auch noch zurück auf diese Limbics, auf diese, diese komischen, diese, diese Droge, die wir in der dritten Staffel gesehen haben, die so ein bisschen aussehen wie, wie, äh, zu Kaffee filtern gepresste Hostchen. Mhm. Das wusste ich noch, aber ich muss sagen, und jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo ich wirklich geschrien habe, als ich diesen Screener geguckt habe. Okay. Äh, wir sehen nämlich etwas, was Maeve ihm zeigt und ich dachte, ich, 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 äh, werd kirre. Es ist nämlich Tilos Lieblingsthema und deshalb ist Tilo auch gerade so ruhig. Ja, ich weiß, was du meinst und ich dachte, wir können es vielleicht diesmal einfach nicht erwähnen, es waren ja auch nur so fünf Sekunden, also wir könnten es auch weglassen. Aber ich dachte wirklich, ich, 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 ich kriege einen an der Waffel. Also, ich, ich, ich auch, also, aber das war so, so schnell vorbei, dass ich gesagt, okay, 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 lass ich mal, lass ich mal über mich hier gehen. Wollen wir, wollen wir sagen, was es ist? Paul, falls du unseren anderen Recaps nicht gehört hast, wir hassen die Maeve-Tochter-Flashbacks. Ja, ach was. Ja. Doch, das, das, das habe ich, ich habe nicht alle Recaps nachgeholt, aber ich habe zumindest das erste gehört und ja, das wird sehr deutlich. Und ich sage mal so, äh, ich fühle euch da. Ach, ist das schön. Boah. Geistes, Seelenverwandte zu haben. Ja, es ist halt, also. Es ist furchtbar, es ist furchtbar, wirklich. Äh, und deshalb verlassen wir das Ganze jetzt auch, nämlich wir springen in die Gegenwart, äh, jedenfalls, was wir glauben, was die Gegenwart ist. Caleb kommt wieder zu sich, wird mehr oder weniger geweckt von, hey, Loris, äh, die sich hier vor ihm aufbaut. Er hat irgendeine Apparatur am Kopf, mit, äh, der sie anscheinend zumindest entweder beobachten oder auf jeden Fall kontrollieren kann, wie sich diese Parasiten, äh, also eben über die Fliegen in seinem Kopf ausbreiten. Und meint dann so ganz, äh, ja, sie hat ihn jetzt praktisch zu seinem Haustier gemacht. Caleb ist dann auch noch ziemlich benommen, äh, was ich auch sehr geil fand, da stand tatsächlich sogar noch der Frankie-Host mit geöffnetem Kopf. Mhm. Er, er fragt sich dann natürlich, also, er weiß natürlich, dass das nicht seine echte Tochter war, aber er fragt sich dann, ob seine Familie noch lebt. Und, äh, hey, Loris meint dann, ja, sie leben noch irgendwo da draußen, aber ich krieg sie so oder so. Und, äh, äh, dann, ja, ist es eben so langsam offenkundig, dass diese Fliegen eben diese Seuche, diesen Parasiten verbreiten sollen. Also, dass jeder Besucher zum Wirt-Host wird. Und dann haben sie auch tatsächlich, also, ich weiß nicht, ob es bewusst war, aber, hey, Loris spricht dann davon, willkommen beim Superspreader-Event des Jahrhunderts. Das hab ich mir auch, ich hab mir das zweimal notiert, nämlich einmal, wo sie vom Superspreader-Event spielt und einmal, wo sie von der ersten Welle widerspricht. Ja, ja. Und da war ich so, ernsthaft? Herr Lauterbach? Herr Lauterbach, sind Sie das da drin? Ja, also, ach, ich, ich, ich fand's okay, äh, und es, es passt ja irgendwo auch. Also, es wirkte jetzt nicht total reingedrückt von wegen, wir müssen jetzt irgendwie einen Seitenhieb auf Corona haben, ne? Mhm. Ja, ja. Aber, ja, gut, dieser Begriff Superspreader, der hat sich halt auch in den letzten zwei Jahren sehr kultiviert, sag ich mal, ne? Ja. Hat jemand, äh, ihr habt's doch bestimmt auch alle auf Deutsch geguckt, oder? Denkt ihr, das war dann? Ja, klar. Beides. Äh, äh, in der Originalfassung, und haben sich dann nur die, die, die ÜbersetzerInnen da gedacht, ha, dann bauen wir mal was ein. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Die beiden Versionen dasselbe Wort. Ah, okay. Ja. Das ist ja, ist ja, ist ja, Superspreader, ist ja, ne? Ja, nee, klar, aber auch so erste Welle und so, weiß ich ja nicht, wie die, die es da genauso übersetzt haben. Nö, aber das haben sie relativ übernommen und, äh, man hört dann jetzt auch, also, warum, äh, hey, Loris überhaupt Interesse an ihm hat, also, die will ihn erstmal behalten wie so ein Haustier und, äh, rausfinden, was, also, sie, sie hat halt in der Vergangenheit natürlich mitbekommen, dass sowohl erst Loris als auch dann jetzt Maeve irgendwas an ihm lag und sie will jetzt, äh, irgendwie auch wissen, was das ganze Theater um ihn eigentlich soll. Und ich muss sagen, ich, äh, ich sehe Tessa Thompson einfach gerne zu dieser Rolle. Das stimmt, ja, das muss ich auch wirklich sagen, die, ah, das, das hat, die hat so ein, die hat allein ihre Präsenz oder ihre Ausstrahlung, find ich, ah, toll. Ja, also, da, da sah sie auch halt echt richtig toll aus in diesem Kleid, also, äh, da haben sie sie richtig gut, äh, in Szene gebracht und da hast du auch, sie war wahnsinnig hübsch, die Frau einfach, ne? Ja, die ist ja, ich mein, die ist ja eigentlich seit Staffel 1 ne Bitch. Ja, ja. Und, und, äh, man, also, man, man, man darf's ja nicht vergessen, die echte Hale ist ja schon lange tot, aber, äh, es ist, es ist geil, dass sie Tessa Thompson halt darüber in der Serie halten, weil die ist, die ist super, wirklich, die ist richtig, richtig super. Und facettenreich, wie man ja auch schon gesehen hat, vor allem in Staffel 3. Caleb versucht dann natürlich irgendwo gegen den Parasiten anzukämpfen, aber, ja, so, es ist ja dann so ein schmarotzerisches Wachstum über die Folge hinweg, ne? Also, dass er halt so nach und nach von ihr korrumpiert wird und am Ende dann ein Stück weit ihr Eigentum ist. Parallel dazu sehen wir dann Maeve, äh, die sich immer noch mit Host William anlegt und dann so langsam peilt, dass er anscheinend schon lange kein Mensch mehr ist. Er sagt dann auch, äh, als sie sich dann irgendwie vor ihm versteckt, dass Hale ihm Upgrades verpasst hat und, äh, dass sie keine Möglichkeit hat, ihn zu kontrollieren. Äh, sie flüchtet dann vor ihm in diesen Kommandoraum. Er latscht dann hinter ihr her und sagt ihr, ja, alle deine Freunde sind tot. Es war schon fast langweilig, die alle umzulegen und ich nehme an, damit spielt er dann irgendwie auch drauf an, dass er Clementine ja auch unter seiner Kontrolle hat mittlerweile, ne? Mhm. Oder eventuell auch noch ein paar andere, weiß nicht, vielleicht taucht ja Hector sogar noch mal auf. Mhm. Auch ein auffälliges Detail, wie ich fand, äh, die Lampen in diesem Komplex sahen erneut aus wie der Tower. Oder zumindest wie das Oben, also halt das Zentrum des Towers. So sahen diese Lampen in dieser Facility aus. So, so eine leichte Z-Form, so ein bisschen. Genau. Ja. Manche, manche wollen darin sogar, äh, die, die Form des Labyrinth-Zentrums erkennen irgendwie aus, aus dem, also halt aus dem Labyrinth-Symbol. Wow. Aber naja. Okay, okay. Und dann stellt sich aber raus, dass, äh, Maeve, äh, natürlich immer noch ihre, äh, Super Saiyajin-Admin-Kräfte hat. Und sie kann zwar William nicht kontrollieren, aber sie kann die Anlage kontrollieren, wie wir auch schon in Folge 3 gesehen haben. Und dadurch kann sie eben das Akustiksystem von diesem riesigen Trichter, äh, sabotieren und, ja, halt ordentlich die Boxen aufdrehen, sag ich mal, ne? Mhm. Schöne Szene gewesen. Viel, äh, Splitter. Ja, Scherben bringen Glück. Und ein tolles, äh, Sound-Design. Generell nochmal, also, ne, dieses, dieses, also dieses Geräusch und dann halt auch diese, diese, boah, das ist schon richtig, richtig ekelhaft, dieses, weiß ich nicht, der Darmann halt das Gefühl ist, diese ganzen Parasiten irgendwie übereinander kriechen oder so akustisch. Das fand ich sehr, boah. Also, groß, großartig. Ja, äh, es entsteht ein ohrenbetäubendes Geräusch für alle Hosts, äh, für, äh, Caleb natürlich nicht. Selbst, hey, Loris haut das um, die Scheiben bersten. Caleb nutzt dann aber da die Gelegenheit, um, hey, Loris, äh, als Geisel zu nehmen und sie wollen dann eben die, sie wollen die Seuche aufhalten. Auch wenn es gar nicht mehr möglich ist wahrscheinlich, da fliegen da noch ein paar, äh, äh, da fliegen, schwirren noch ein paar Fliegen rum, meine Güte. Und, äh, Host William erwacht zum Gefühl tausendsten Mal und, also, so schön es ist, Ed Harris hier drin zu haben, aber der ist hier wirklich nur noch ein Henchman in dieser Folge, ne? Der ist der T-1000. Ja, ja, ja. Und es wird dann, also, der ganzen, dem ganzen William-Ding wird dann auch noch am Ende, also, da auch plötzlich wieder dasteht, äh, auch nochmal, ja, die, die Krone aufgesetzt. Ich hab mich gefragt, äh, bei, als sie da, was, hey, Loris, wie ihr sie nennt, äh, als Geisel nehmen, hab ich mich wirklich ver- Okay, denkt ihr, denkt ihr wirklich, dass es so einfach ist? Also, bei Westworld ist es, ich weiß nicht, ob es halt jetzt wir als ZuschauerInnen, wir sind ja das schon eine ganze Weile gewöhnt, äh, und jemandem zu trauen oder jemandem, also, man denkt ja dann immer zwei, drei, vierfach drüber nach, was denn das nun sein könnte. Ja. Manchmal umsonst, manchmal aber auch zurecht. Und auch, auch Maeve und, äh, Caleb, die haben ja nun auch schon ein bisschen was durchgemacht. Und ich hab mich da tatsächlich gefragt, ist das, also, ist da, also, glaubt ihr, dass das, dass, that's it, ihr nehmt sie, also, du manipulierst da mal kurz die Technik und dann habt ihr sie in eure Gewalt und dann geht. Nee. Nee. Nee, deswegen, ich hab dann beim zweiten Mal angucken tatsächlich auch auf die, die Mimik von, von Hey Loris, äh, geachtet, die so, äh, so widerwillig immer so, ach, scheiße, jetzt habt ihr mich als Geisel. Ja, genau. Das war so gespielt, das war so gespielt, dass du gewusst hast, das kann, die spielt da ein falsches Spiel, das kann nicht so einfach sein. Also, das ist mir richtig aufgefallen. Ja, man darf nicht vergessen, der Parasit ist ja auch in Caleb, ne, also, das ist ja irgendwie auch eine Frage der Zeit. Ja, aber auch bei Maeve, also, ja gut, Caleb, Caleb kann ich da halt eh, den würde ich da vielleicht jetzt mal ausklammern, weil der hat ja sowieso, wie wir auch schon vor, also, im Flashback festgestellt haben, also, der hat eben seine eigenen Probleme, nenne ich es jetzt mal, ne, aber gerade Maeve, also, ich halte sie dafür jetzt erstmal sehr leichtgläubig oder sehr, sehr, ich weiß es nicht, irgendwie hab ich gedacht, hä, ist es, also, habt ihr nicht noch irgendwie was anderes Gutes? Das ist jetzt halt auch eine Situation, wo sie vielleicht ein bisschen erstmal improvisieren mussten, mal schnell, aber, keine Ahnung, auch, dazu kommen wir später, wenn sie da hin, einfach so einen Schmugglerwagen reinlegt oder rein stellt, was, das ist wahrscheinlich der, der mächtigste, also, womit ihr gerade konfrontiert seid und ihr denkt, das geht einfach so schnell jetzt vorbei oder es ist, zumindest, ihr könnt sie so in Schach halten, in Anführungszeichen. Ja, sie gehen, sie gehen ja halt direkt da auf den Leim eigentlich, beziehungsweise, es ist natürlich irgendwo auch eine Affektsituation, ne? Ja, ja, und da, ja, da ist halt so schwer und ich stimme da auch wieder Thilo zu, nämlich, ich hab's ihr auch null abgekauft, also. Soll man ja auch nicht. Eben, nee, natürlich, aber die Charakteren machen es ja schon. Ja, vor allem so, ah, oh, eine Glasscherbe, oh, wie schlimm, jetzt hab ich aber Angst, so kam mir das vor, so ein bisschen, als er da einfach sie mit einer Glasscherbe bedroht, so, hast du nichts Besseres zu bieten? Man muss aber auch bedenken, die kennen die natürlich auch nicht, ne? Ja. Die wissen, die wissen auch nicht, also, die sind ja auch noch nie wirklich begegnet, beide nicht und wissen auch nicht, was die für eine falsche Schlange ist und die spielt auch eh nur auf Zeit, bis sie die Kontrolle über Caleb hat, ne? Ja, so können wir's auch sehen. Wir begeben uns dann jedenfalls, ja, ich, ich weiß nicht, äh, es gibt jetzt verschiedene Namen, also, wir hatten's ja, äh, ich hatte's ja übernommen irgendwie von amerikanischen Seiten, Gangland heißt ja der Park anscheinend, manche nennen's auch Mob World, ich weiß es nicht. Ja, das hab ich auch gehört, ja. Ja, weiß ich, ich bleib bei Gangland, weil das klingt auch so ein bisschen nach Abklatsch, ne? Ich sag immer noch Gangbang. Gangbangland. Äh, den Gangbang haben wir gleich, Gangbang haben wir gleich auf der Straße. Äh, jedenfalls sucht das FBI hier immer noch nach Hackie Amon, was so ein bisschen merkwürdig ist, weil sie haben ihn doch erschossen in der dritten Folge. Aber Maeve, äh, bringt demjenigen, ich glaub, der ist irgendwie vom FBI oder was natürlich, bringt die zum Schweigen, äh, indem sie den in so eine Seitengasse ziehen. Sie kennt halt die Loops im Park in- und auswendig und, äh, geht dann eben davon aus, also, sie müssen halt gucken, dass sie dort schnell rauskommen, weil theoretisch kann jeder Gast im Park infiziert sein. Und ist dadurch natürlich auch, äh, eine potenzielle Waffe für Heyloris. Es könnte auch sein, dass sie das auch irgendwie, wie so ein Feldversuch genießt von wegen, ja, hm, äh, gucken wir doch mal, wenn jemand versucht hier, von hier zu entkommen und dann die ganzen Gäste drumherum, wie die sich dann verhalten, kann natürlich auch sein. Hm. Caleb will jedenfalls, also, sein Plan ist es, seine Männer außerhalb des Parks zu kontaktieren und denen die Koordinaten zu schicken. Sie nehmen dann, glaub ich, dem FBI mal, nehmen sie, glaub ich, die Handschellen ab und können damit dann Heyloris natürlich fesseln, also, es geht dann nicht mehr mit einer Glasscherbe. Puh, mit Handschellen. Und, äh, was wir dann auf jeden Fall auch sehen, so langsam, wie, äh, diese Akustiksignale auch im Park funktionieren, also, dass überall, äh, wo wahrscheinlich dann irgendwie Strommasten oder so sind, so kleine, ja, wie nenne ich das jetzt, halt so, so Mini, äh, äh, Trichter angebracht sind, die eben auch diese, diese, äh, Akustiksignale von sich geben. Ja, so Transmitter halt, die, die überall aufgenommen sind. Genau, Transmitter, das Wort hat mir gefehlt, dankeschön. Und man merkt, dass der Parasit, also, das, das hat dann auch direkt Effekt auf Caleb, der so langsam Schwierigkeiten hat, sich dem, dem Parasiten zu widersetzen und dann werden auch, während sie dann da irgendwie, äh, Heyloris da vor sich her lotsen, werden dann auch andere Gäste aufmerksam und das hat mich, ich weiß nicht, ob, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber mich hat's tatsächlich so ein bisschen, an Inception erinnert. Ja. Äh, wo die halt in die Träume gehen und dann eben die Projektion immer auf, äh, dringlicher werden, ne? Wo das, genau, wo das Unterbewusstsein, das dann irgendwann merkt und in jeder Welt, die dann so grimmig angeschaut werden. Ja, stimmt, die Assoziation hatte ich tatsächlich auch, ja. In, in der Szene, das fand ich halt auch, äh, schön, einmal, sie, sie halten dann irgendwie kurz an und wollen dann ja auf diesem Wäschelaster, der ja eigentlich da Alkohol schmuggelt, und, äh, wo sie davor stehen bleiben, ist so ein altes Kino irgendwie gewesen und so eine, so eine Kartenbude, wo man dann halt eben wie Tickets bekam. Also, ach, groß, großartige Ausstattung an der Stelle. Äh, auf, auf YouTube ist auch ein Video von HBO, wo sie tatsächlich mal so eine kleine Führung machen durch dieses Gangland und es ist wirklich, es ist wirklich alles sehr toll und liebevoll, äh, detailreich designen und dann, ja, wirkt's halt hier so ein bisschen verschenkt leider, ne? Ja, ich, ich hab, äh, auf jeden Fall auch immer wieder Freudenschreie kurz ausgestoßen, wenn du solche, äh, Bauten gesehen hast oder die Autos wieder und, äh, und die Kostüme von den Leuten und jetzt bei der nächsten Szene, wo es dann da zur Sache geht, hab ich mir auch gedacht, okay, da sieht man, wie viel Potenzial in dem Gangbangland gesteckt hätte vielleicht. Wer weiß, ob wir es aber jemals wiedersehen, da gibt's ja auch geteilte Meinungen. Ja, ja, also, ich, 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 ich glaub, mitten in die Szene, äh, ich weiß gar nicht, sind das so Burlesktänzerinnen oder so, die da irgendwie über die Straße laufen? Ja, 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 genau. Ach, alles so schöne Details und dann einfach nur so, ja, ist halt da. Äh, jedenfalls, äh, macht dann Maeve, also die, die, die Gäste, die werden dann halt immer zudringlicher und Maeve, äh, reagiert dann darauf, indem sie dann eben, ja, die Hosts aus dem Park auf die Gäste hetzt und die fangen dann an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Caleb verliert dann zusehends die Kontrolle und schnappt sich ein Gewehr, aber ein Gast verletzt ihn dann tatsächlich mit einer Stichwunde. Ihnen gelingt es dann aber, in diesem, äh, Fusel, lass da zu fliehen. Ja, und ich muss, äh, da muss ich auch nochmal kurz einhaken, ich finde, da hat man dann nämlich wieder gemerkt, was für eine, ja, durchtriebene und auch clevere Person Maeve ist, oder weil sie weiß, also, sie kennt die Regeln, in Anführungszeichen, ne, sie weiß, damit zu spielen und sich eben da auch zu verteidigen, deswegen ist mir das eben zuvor so ein bisschen sauer aufgestoßen, äh, aber ja, dann fahren sie ja noch rechtzeitig weg und, äh, hey, Loris, die, die wird einfach so im, 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 im Kopfraum, genau, abgelagert. Ich hatte vielleicht noch so ein bisschen damit gedacht, okay, kommt sie irgendwann nach vorne und sagt so, das wäre noch, oh Gott, bitte nicht, äh, aber ja. Wobei ich tatsächlich beim zweiten Mal gucken auch gemerkt habe, dass, ähm, Maeve, eben, hey, Loris, bevor sie sie in den Koffer rumschmeißt, nochmal schön den Kopf gegen die Autotür haut, dass sie wenigstens ein bisschen weg ist und erstmal außer Gefecht, das, äh, das war schon okay. Ja, okay. Ja, schönes, schönes Detail, wer weiß, vielleicht war es auch Improv, keine Ahnung, äh, ja, 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 wer weiß, vielleicht Fendi wie Newton und Tessa Toms, vielleicht können die sich nicht leihen, keine Ahnung. Ja, wer weiß, dann sind sie ja in der richtigen Rolle, ne? Jedenfalls, äh, fahren sie dann durch den Park und man sieht dann hier schon, und das ist natürlich dann auch Foreshadowing, auch später, man sieht nämlich, dass sie hier, äh, nicht durch eine Stadt fahren oder so, sondern durch die Wüste. Mhm. Mhm. Und, äh, während der Fahrt fängt dann Maeve sich an zu erinnern, wo Caleb halt schon mal ziemlich dem Tode nahe war und er sagt dann auch zu ihr, ja, willst du mich jetzt schon wieder im Stich lassen? Und dann offenbart sie ihm aber, dass sie ihn gar nicht im Stich gelassen hat und dann sehen wir eben, äh, dass er nach dieser Nummer da am Leuchtturm tatsächlich im Krankenhaus gelandet ist, dass er wiederbelebt werden musste, dass sie wochenlang an seinem Bett gesessen hat. Und das fand ich dann sehr schön, äh, wie Maeve dann hier erzählt, dass sie hiermit, also erneut, wie in der zweiten Folge, wird sie hiermit etwas konfrontiert, was sie einfach nicht kennt, nämlich, äh, Sterblichkeit beziehungsweise Endlichkeit. Mhm. Ja, sie sagt ja, eure Spezies kann ich nicht nachvollziehen, weil dieses, dieses Endliche, Sterbliche, das, das kenne ich halt nicht, ja. Deswegen seid ihr für mich eine fremde Spezies einfach. Und ich muss auch sagen, in dieser Szenerie, auch wenn es dann natürlich auch wieder solche Sachen kommen wird, ich hab wochenlang an deinem Bett gesessen, äh, aber, also, trotz irgendwie diesen leisen Klaviertönen und wenn dann das Westworld Theme dann so anklingt, das fand ich schon schön. Hat mir zumindest auch nochmal den Charakter von Maeve so ein bisschen, das ist ja auch, wenn ich sagen muss, so eines meiner größten Probleme, vielleicht ist es ein persönliches Problem, vielleicht weiß ich nicht, gelingt aus meiner Sicht nicht so gut, dem Zuschauer da tatsächlich die Charaktere und Figuren da irgendwie näher zu bringen. Das hat natürlich auch noch andere Gründe, weil sie sich einfach verändern oder dann nochmal komplett ausgetauscht werden, so. Aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, okay, hier versucht mir jetzt Maeve wieder, da doch, also noch ein bisschen, noch Facetten oder so zu verleihen. Wobei ich auch sagen muss, dass sie, sie sagt hier einen Satz, ich glaub, ja, zu Caleb, äh, typisch den Ernst der Lage auszunutzen, um die Vergangenheit auszugraben. Ja, und das hat sich dann für mich fast schon wieder so angefühlt, als würde sie da gerade das Writing kommentieren, denn genau so, jetzt schließe ich nochmal den Bogen, genau so, die Wirkung hatte das Flashback auf mich. Okay. Ja, natürlich hat Maeve natürlich immer so was Schnippisches gerne mal, ne, man darf auch nicht vergessen, da kommt auch manchmal auch so von ihrer Redensart, kommt manchmal halt durch, dass sie halt irgendwie sehr lange eine Puffmutti war, ne. Das wirkt auch manchmal etwas aufgesetzt tatsächlich, das fiel mir schon in Staffel 3 auf und hier war auch so eine Stelle, wo ich mir dachte so, ah, ah. Ja, aber es ist schön mal sowas eben so eine, es ist noch keine komplette Facette, aber eben mal so eine Seite von ihr zu sehen, die sich entweder mal nicht mit diesen eiskalt berechnenden oder eben mit dieser Mutter-Tochter-Geschichte zu tun hat, deswegen. Ja, definitiv. Ich hätte mir, also gerade von diesen Szenen oder von dieser Zeit, von diesem Maeve Recap quasi, das hätte ich mir durchaus auch noch ein bisschen ausführlicher oder ein bisschen noch fast eigenständiger vorstellen können, aber da, weiß ich nicht, bin ich vielleicht dann doch so ein bisschen, das ist nicht das Ziel oder das ist nicht der Fokus von Westworld, was ich persönlich schade finde, aber ich hätte gedacht, vielleicht so noch mehr in die Richtung hätte vielleicht dem Charakter noch gut getan. Ja, naja, also ich meine, sie ist ja, sie muss sich dann ja auch von, hey, Loris, bevor sie dich da in den Laster verfrachten, muss sie sich dann ja auch anhören, ja, also du könntest ja theoretisch eigentlich überall hingehen, wenn du nicht so scheiß sentimental wärst. Na, also auch mit ihrer Tochter und so und ja gut, das graben wir jetzt nicht wieder aus, äh, die wir schon getrickert. Also sie sagt dann eben, dass sie sich eigentlich für ihn ein normales Leben gewünscht hat und auch wieder halt so aus seinem Wunsch heraus von wegen, ja, was, was bedeutet es eigentlich, ein freier Mensch zu sein, weil er hat das eben nie kennengelernt, ist eigentlich, hat irgendwie auch so ein bisschen was von, von der Matrix eigentlich, ne? Ja, dieses vorgespielte, vorgegaukelte, normale Leben. Ja, was wir ja nicht zum ersten Mal in dieser Serie haben, ne? Ja, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir aber dazu, dass sie dann ja irgendwie die Krankenschwester sieht, was wir ja wissen, dann später die Frau vom Valle wurde, also anscheinend ist sogar die Tochter jetzt tatsächlich gar nicht seine leibliche, da haben wir auch mal diskutiert, jetzt ist die Frage, hat sie die irgendwie verkuppelt oder hat sie einfach ihren Weg laufen lassen oder hat sie da ihre Finger im Spiel gehabt, dass die zusammenkommen, das habe ich nicht so ganz, äh, verstanden, ob man das erkennen sollte oder nicht. Ich glaube, sie hat dem Ganzen seinen Lauf gelassen. Ich glaube auch. Sie hat nämlich, glaube ich, gemerkt, dass einer der Gründe, warum er kein normales Leben führen kann, auch irgendwo der Kontakt mit ihr ist. Sie sagt dann ja auch einen interessanten Satz, also sie sagt, er würde halt kämpfen fürs Überleben, aber er sollte halt irgendwas haben, wofür es sich zu kämpfen lohnt und sie wünscht, also sie wünscht sich tatsächlich ein normales Leben für ihn und deshalb geht sie tatsächlich auch fort und so lange ist ihm eben auch nichts passiert und dadurch, dass sie dann aber irgendwann neugierig geworden ist und sich ins Netz gehackt hat, wie sie dann ja erzählt, was ja dann diesen Stromausfall in Folge 1 verursacht hat, dadurch hat sie dann eben die Hasher und die Hosts überhaupt erst auf Calebs Fährte gebracht, weil ich habe mich dann, ich habe mich nämlich in der ersten Folge schon irgendwie gefragt, woher kennen die Caleb jetzt eigentlich genau? So ein bisschen im Nachhinein und dann macht es hier in Folge 1, also auch mit dem Stromausfall, es macht dann noch einen Tacken mehr Sinn tatsächlich. Okay, also mir hat es gefallen, dass es aufgelöst wurde, dass sie durch dieses Einhecken ins Netz, das Ganze ins Rollen gebracht hat und auch vor allem warum, weil sie neugierig wurde, weil sie ja irgendwie doch eine Verbindung aufgebaut hat zum Caleb, wenn sie auch wochenlang an seinem Bett verbracht hat und so, da ist ja dann schon mehr als, den kenne ich jetzt, vielleicht auch eine Faszination von der anderen Spezies mit dieser Sterblichkeit, aber da hat sich ja schon irgendwie mehr aufgebaut als reine Koexistenz. Ja, und ich finde es schön, dass das auch mal hier jetzt, ja mal eine Abrundung oder mal einfach was erfährt, wo man nicht als Zuschauer das dann noch im Kinderkopf behalten muss, da war noch was, was ist das noch? Und ich finde, das schafft diese Folge insgesamt, schafft die das ganz gut. Ja, es ist vor allem auch insofern, bringt auch den Maeve-Charakter tatsächlich schon viel, weil man muss ja bedenken, sie ist ja vorher, also deshalb versteht man auch, warum erst Dolores und dann Maeve so ein bisschen auf Caleb fliegen. Weil das ist halt eine Form von Mensch, die sie im Park nie wirklich getroffen haben. Solche Leute wie Caleb kamen halt nicht in den Park, also jedenfalls nicht offiziell. Die konnten sich das ja nicht leisten. Beziehungsweise, da war doch in Staffel 3 eine Szene, wo sie da tatsächlich, äh, er mit seinen Army-Kumpels war und warum waren die eigentlich da, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, das war der fünfte Park, das war so ein Testlauf, das war ein Übungsgelände. Ja, und dann, und dann, dann hieß es doch so, ja, jetzt können wir mit denen auch machen, was sie wollen und dann hat er doch gesagt so, hey, hey, so sind wir nicht. Genau, das war ja der Unterschied. Da hat er ja Dolores überrascht an der Stelle, da hat sie ihn ja ausgewählt. Wer, der mehr zu hören will, kann gerne, äh, also in die Recaps zu Staffel 3 reinhören. Ja, äh, so jedenfalls ist Heyloris auf seine Spur gekommen und Maeve hat jetzt nur noch ein Ansehen, sie will ihn zurück zu seiner Frau bringen. Äh, er will ja dann auch Kontakt mit seinen, mit seinen Homies aufnehmen und dafür müssen sie eben in einen Teil des Parks fahren, äh, der noch so unfertig ist. Da haben sie auch gesagt im Making-of von HBO, was man auch auf YouTube sehen kann natürlich, äh, sie wollten hier halt das erneut so wirken lassen. Also in der ersten Staffel gab's ja, gab's ja, äh, so eine, so eine Stelle, wo man wirklich sieht, dass Robert Ford, äh, also Anthony Hopkins, dass der da den halben Park gefühlt umgraben lässt. Also wirklich schon mit so einer Terraforming-Technologie und... Riesenmannesmann-Schaufelbagger. Genau, genau, und das wollten sie hier nochmal aufgreifen, also dass hier irgendwie noch der Park im Aufbau ist, aber da ist dann auch ein Schild, was uns sagt, dass das hier abgebrochen wurde und dass dieses ganze Gelände mit Sprengstoff versehen ist. Äh, ich glaub nicht, dass das stand, weil es abgebrochen ist. Ich hab jetzt beim Zermaschau noch gesehen, das ist, äh, quasi eine Gegend, die geebnet werden soll für den nächsten Park oder den nächsten Teil des Parks. Ach so, ja gut, kann natürlich auch sein. Also das ist quasi noch ein unfertiger Park, beziehungsweise da wird einer geplant und die müssen das erstmal platt machen. Das stand, glaub ich, auf dem Schild drauf. Okay, ja, dann hab ich mich da vielleicht, vielleicht hat da auch die deutsche Übersetzung missgebaut, ich weiß es nicht. Also ich hab hier halt irgendwas stehen mit wurde abgebrochen und, aber es macht schon irgendwie Sinn, Thilo, klar. Ich glaub, es geht um einen Abbruch, Steinabbruch, so irgendwie in der Richtung. Ja, stimmt, stimmt, da war irgendwas, ja. Auf jeden Fall, äh, halten sie dann dort an. Sie haben natürlich immer noch Heyloris in ihrer Gewalt, aber nicht mehr lange, denn es greift schon wieder Host William an, der so langsam irgendwie echt zu einem Running Gag in dieser Folge wird. Och, ja, keine Ahnung, also das fand ich, also ganz nett, das fand ich irgendwie doof. Ja. Weil, ihr verschenkt hier einfach, weil, und weil ihr kein, in Anführungszeichen, kein besseren habt, dann muss ich jetzt hier nochmal William ran oder weil es eben dann nochmal eine andere, obwohl er es eben, obwohl er es nicht ist, aber eine Version von ihm, aber um der ganzen Story oder alles, was dann noch folgt, noch mehr, mehr Tragik oder noch mal ein Gewicht zu geben, holt ihr jetzt, äh, William nochmal ran, obwohl das Ganze halt, das hätte auch ein anderer Host sein können oder. Da war ich echt, das gefällt mir nicht, dass ihr, dass ihr wirklich William nur noch dazu nutzt, dass er quasi Maeve so ein bisschen Schwierigkeiten macht oder so ein bisschen rumschießt und der gefühlt so von sich nichts mehr richtig übrig hat oder auch keine großen, keine großen Handlungen mehr erhält. Ja, gut, das, ich meine, er ist natürlich irgendwo auch ein Henchman. Wir hatten ja auch schon wirklich tolle Szenen von Ed Harris bisher in dieser Staffel, ich sage nur diese Golf-Szene in der zweiten Folge. Äh, hier wirkt er wirklich, ich meine, das ist fucking Ed Harris und er ist einfach nur so ein Stehaufmännchen, also. Ja, und seine, und seine Präsenz ist ja, ist ja immer noch gleich, aber irgendwie ärgert's mich so. Ja, kann ich nachvollziehen. Weil ich halt sage, ach, Mensch, wenn ich so an die anderen Folgen oder an andere Staffeln denke, naja. Ja, gut, ja, es ist jetzt halt irgendwie, ich meine, er ist ja, also es ist ja auch nicht seine einzige Inkarnation, ne? Nee, eben, na klar, aber ich frage mich halt, ob man ihn dann so überinflationär dann benutzen muss und ihn da einmal kurz, wie gesagt, zum Schwierigkeiten machen auftreten lassen muss oder ob man das nicht auch anders hätte gelöst bekommen. Ja, es ging vielleicht auch natürlich so ein bisschen um das Aufeinandertreffen zwischen ihm und Maeve, ne? Eben, ja, 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 klar, das zieht sich ja auch durch und ich meine, auch nochmal hier gucke, was ist aus ihm geworden, auch wieder in Anführungszeichen, er ist halt ein Handlanger oder was ist aus ihm geworden, aber trotzdem, dass er halt nur dafür da ist, so, dann droppt er einen coolen Spruch oder einen aus seiner Sicht coolen Spruch und dann schießt der einmal und meistens misslingt's und dann am Ende, ja, gut. Ja, nee, also kann ich, kann ich schon nachvollziehen, es ist immerhin, es ist Ed Harris, ne? Und dass der einfach nur so einen, so einen Henchman spielt, das, ja. Maeve geht dann irgendwie raus, um sich William zu stellen oder den auf jeden Fall in Schach zu halten und Caleb, äh, buxiert dann Herr Loris irgendwie vor sich her auf so einen, so einen Kommandoturm oder sowas, ich weiß es nicht. Control Center. Ja, irgendwas, irgendwas, vielleicht auch von der Baustelle, keine Ahnung. Ja, 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 in der Baustelle quasi das, wo alles koordiniert wird. Genau, genau. Und auch die ganzen Ladungen abgefeuert werden und, ja, du siehst ja auch da so ein, so ein Desktop mit allen möglichen Daten, wo der Caleb da rumfummelt, also, er ist so das Control Center, würde ich sagen. Und Caleb will dann von da aus sein Team kontaktieren, beziehungsweise das trägt ihm Maeve auf und er ist sich aber gar nicht so sicher, ob er sich überhaupt noch selber trauen kann, weil man merkt, so langsam kann er keinen Widerstand mehr leisten gegen die Parasiten. Er schafft es dann aber noch, äh, Herr Loris da reinzubuxieren und zu fesseln, kann dann auch sein Team kontaktieren, von denen erfährt er dann, dass seine Familie in Sicherheit ist und dass dieser Kava tot ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht taucht er ja jetzt in der sechsten Staffel Better Call Saul auf, keine Ahnung. Aber jetzt, jetzt seid mal ganz ehrlich, wie ging's euch, als ich gehört hab, wie die sagen, ja, Kava ist tot, da hab ich genau gewusst, das sind die, äh, Gegner, weil die haben ja auch den Kava verloren. Also in dem Moment hab ich gewusst, das sind nicht seine Kumpels, die kommen, sondern das sind die, äh, Leute von der Hey Loris. Ich weiß nicht, wie's euch ging, aber ich hab das dann schon gegen den Wind geworfen. Okay, gut, ich hab's nicht anhand, tatsächlich nicht anhand dieser Szene, aber ich hab, wie gesagt, also ich hab die ganze Zeit, ich hab nur tatsächlich auf so, also auf einen Twist gewartet und so, weil ich hab mir nicht vorstellen können, dass Hale da einfach nur da, wie sie dann auf so, auf so einem Drehstuhl sitzt und so. Also ich hab, ich hab nicht damit geglaubt, dass da, dass die da irgendwie rauskommen oder dass da irgendwas, äh, ja. Man fragte sich halt, was da noch kommen soll eigentlich so ein bisschen, ne, also. Ja. Entweder kommt ja der eine Trupp oder der andere Trupp, äh, jedenfalls, äh, ist es dann so, dass, äh, der Parasit so langsam, aber sicher, die Macht über Caleb erlangt und Herr Loris ihn dann befehligen kann, äh, sie zwingt ihn dann, äh, also er soll aus, aus der Distanz auf Maeve schießen und stattdessen erschießt er dann aber William. Und da hatte ich tatsächlich das erste Mal das Gefühl, oder obwohl, ja, es wirkte auch einerseits wieder so gespielt, aber so kurz, weil Hale da so, so gesehen, wie konntest du denn das jetzt, äh, 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 konntest du dem entweichen? Wobei, ja. Konntest du dir mich widersetzen? Ja, genau. Genau. Aber ganz ehrlich, diese Szene, die war auch so abgedroschen und cheesy, dieses, oh, irgendeine fremde Macht kontrolliert jemand, aber er schafft es mit der Kraft seines Willens und weil er vielleicht noch irgendwie Liebe empfindet, äh, sich dem zu widersetzen. Also das ist auch so ein abgedroschener Trope. Und da, und da hatte ich dann die, die Verbindung auch wieder zum Flashback, war das vielleicht auch so ein bisschen Maeve's Verdienst, dass er eben da diesen Funken Freiheit oder diesen Freiheitsgedanken, irgendwas, was sie eben da zu Beginn da reingepflanzt hat oder das, äh, eben, dass das jetzt der auslösende Punkt war, dass sie dann, ja, stößt ja auch zu dir. Ne, also da hab ich echt mit dem Kopf geschüttelt wieder gedacht, das hat die Serie nicht nötig, so abgedroschenes Zeug irgendwie. Ja, genau. Und dann sagt er ja noch, ja, weil ich hab was, was du nicht hast. Ja, ja, das, das. Wahrscheinlich, ich kann Liebe empfinden. Ja, ja. Genau, ich dachte, da kommt dann noch irgendein Satz. Ja. Da hab ich mir auch gedacht, gut, dass sie es nicht ausgesprochen haben. Dass sie es weggelassen haben, ja, da war ich auch froh. Äh, William jedenfalls, äh, der, äh, gefühlt der Terminator inzwischen ist. Fällt mal wieder um. Genau, fällt mal wieder um. Er schießt dann aber Maeve und zückt sein Messer und er sticht sie zum x-tausendsten Mal wie im Park. Und Maeve, äh, ja, macht dann aber reinen Tisch, indem sie, ja, sich opfert. Sie aktiviert eben über ihre Super-Saya-Jin-Admin-Kräfte die Sprengsätze und, äh, verabschiedet sich dann von Caleb, beziehungsweise opfert sich und sprengt sich zusammen mit William in die Luft. Und es gibt eine ziemlich große Staubwolke in dieser Anlage. Ich mein, die ist ja auch in der Wüste. Und dann kriegen wir eine kurze Schwarzblende. Äh, dann hören wir, wie, äh, das, das Team Caleb anfunkt. Der wacht auch wieder auf und dann meint Herr Loris so lakonisch zu ihm, ja, ach, du bist nur mal kurz eingenickt. Ja, haha, 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 da merkt man halt echt so lange. Also, es tut mir leid, die Spieters einfach so geil, wirklich. Das, dieses Syphi-Sante, das, das hat Tessa Thompson einfach drauf. Sie ist das neue Biest seit der Denver-Clan. Ja, haha, so in dem Fall. Ja, man sieht eben, dass Caleb halt schwer verletzt ist, auch natürlich von dem, von dieser Stichwunde da im Park. Äh, und er hat dann jetzt aber eigentlich nur noch einen Antrieb. Also, Maeve ist ja praktisch für ihn gestorben, in Anführungsstrichen, falls sie das überhaupt kann. Und er hat jetzt den Antrieb, er will alles zerstören, was Hale errichtet hat, weil seine Tochter Frankie soll nicht in einer Welt aufwachsen, die von ihr kontrolliert wird. Und dann kommen wir jetzt so langsam aber sicher zum, also ich würde sagen, dieser Schnitt hier alleine, äh, auf, äh, die Bernard-Handlung leitet es dann ein. Den großen Reveal, den wir in dieser Folge haben und der Schnitt ist auch nicht von ungefähr, nämlich er schneidet auf C. Und da deutet es sich so langsam an, was ja viele Fans schon erahnt haben, trotz dieses Codenamens. Ab da, äh, springt es dann tatsächlich hin und her, ne? Also, sie fangen dann da an zu graben und, äh, Bernard weiß dann auch genau durch zigfaches Ausprobieren in sämtlichen Versionen in seinem Schädel, äh, wo er jetzt hier graben muss, beziehungsweise wo er noch nicht gesucht hat. Der ist der einzige Ort, wo ich noch nicht gebuddelt habe, aber ja, herrlich. Der einzige Ort, wo ich noch nicht gegraben habe, unglaublich, herrlich. Ja, er ist halt Bernard. Ja, eben. Er hat Geduld. Genau, und für Caleb mit Haloris stellt sich dann so langsam die Frage, weiß er eigentlich, wo er da ist und wie lange er dort schon ist? Und Haloris kommentiert dann halt die ganze Zeit ziemlich lakonisch, ja, also, William, ja, kann ich mir immer wieder neu bauen, aber Maeve, Maeve ist ja ... War ich schon, war ich schon ein bisschen spezieller, ja. Ja, ja, und Maeve, Maeve ist spezieller wahrscheinlich auch durch diese wahnsinnigen, äh, Adminrechte, die sie immer noch hat aus dem Park damals. Und natürlich auch diese gesteigerte, äh, kognitive, äh, Fähigkeit. Er will dann Hale töten und da ist dann schon, da deutet sich schon an, weil Caleb sieht nämlich irgendwie kurz Scheinwerfer und denkt dann, das sind welche vom Team. Und Haloris, äh, findet dann so langsam wirklich Geschmack daran, ihn förmlich, äh, verbal zu foltern, weil die fragt ihn dann so, ja, also, kannst du dich noch erinnern, wie lange du, wie lange du überhaupt hier bist und wie du überhaupt hergekommen bist? Denk mal nach, denk mal genau nach. Denk mal nach, genau. Dann, also er erinnert sich halt dann, wie er, wie er da hingekommen ist und dann auch an die, an die Lichter von den Scheinwerfern, aber das sind nicht die Lichter seiner Leute. Auch wenn die ihm das irgendwie suggerieren. Sie sagen von wegen so, ja, Caleb, wir sind jetzt auf dem Weg zu dir, siehst du schon, unsere Scheinwerfer. Aber Haloris weiß dann ganz genau, es ist nicht Calebs Team, es ist ihr Team und die kommen dann rein und erschießen Caleb. Es war nicht Team Caleb, es war Team Haloris. Es war Team Haloris, genau. Das SWAT-Team im Einsatz. Ja, und dann ist er gestorben. Und zwar richtig. Genau. Dann ist er gestorben und man fragte sich schon so ein bisschen, also dieser ganze Trip im Park, da wurde ja auch immer wieder unterstrichen, dass er im Gegensatz zu Maeve ein Mensch ist. Dass er von, von den Waffen nicht getötet werden kann, dass er dieses Akustik-Signal der Fliegen nicht hören kann, dass sie fliegen, aber wiederum auf ihn, haha, fliegen. Aber ja, er ist tot. Ja, wie haben sie ihn trotzdem transportiert dann in, in ein Host-Körper, das ist die Frage. Das ist die Frage, vor allem wann sie das gemacht haben. Aber so Bewusstsein von Menschen konnten sie ja auch schon vorher irgendwie kopieren durch ihre Big-Data-Sammlungen, glaube ich, oder? Ja, vor allem hat diese Szene, also sie erinnert natürlich zum einen an das, was sie mit James Delos gemacht haben in der zweiten Staffel. Und natürlich auch an die Post-Credit-Szene mit William, erst recht, als sie dann sagt, worum geht's hier eigentlich? Ja, um die Genauigkeit. Ne? Mhm. Fidelity an der Stelle. Ja, das sagt sie ja auch. Aber bevor wir dann dazu kommen, machen wir nochmal kurz einen Abstecher zu Bernard, der seine Windmaschine da durchpustet und anfängt zu graben. Und während er da am Schaufeln ist, redet er dann mit sie darüber, dass keiner von den Rebellen da glaubt, dass da irgendwo diese Waffe ist. Und außer sie und sie, äh, also er weiß dann eigentlich schon, dass sie da eigentlich nicht wirklich eine Waffe sucht, sondern dass sie ihren Vater sucht, von dem sie zwar glaubt, dass er tot, äh, oder weiß, dass er tot ist, sie will es aber nicht wirklich glauben und sucht dann eben eine Leiche. Und da können wir uns dann so langsam zusammenklamüsern, wen Aurora Perineo hier spielt. Äh, auch schon der Deckname C deutet drauf hin und, äh, hey, Loris stellt in der anderen Timeline dann so langsam die finale Frage, die Caleb sich stellen sollte, nicht wo er hier ist, sondern wann. Ich hab sofort gejubelt, weil ich gedacht hab, woo, Dark-Referenz. Das sagen die da immer gerne. Die Frage ist nicht, wo du bist, sondern wann. Ja. Ja, ja. Ja, ist auch ein Klassiker, der Spruch. Ja, ja, ja. Der Caleb ist dann halt irgendwie völlig, völlig, äh, von der Rolle und, und er ist sich dann sicher, dass er weiß, wer er ist und dann sagt eben Herr Loris, naja, also das ist, ist ja das typische Basisgespräch, die Referenz für die Genauigkeit, äh, und dass sie ihm da keinen Vorwurf machen soll, weil das ist ja schließlich auf den Mist der Menschen gewachsen. Und dann erfahren wir, das hier ist Calebs 278-Version. Genau. Und er ist eigentlich auch schon lange gestorben, er ist vor 23 Jahren dort im Park gestorben. Da muss ich mal einhaken, das heißt doch eigentlich, weil die ganzen Events haben ja sieben Jahre später gespielt, dass es dann 30 Jahre später ist von der letzten Staffel. Richtig, genau. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. Wollte ich nur mal nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe. Also Bernard ist wirklich 30 Jahre in der Zukunft. Genau. Rein rechnerisch. Haloris legt dann ja auch auseinander, wie diese Parasiten funktionieren und dass die sich bei Kindern als besonders effektiv erwiesen haben, dass der Parasit dann wirklich kontinuierlich mit denen mitgewachsen ist und dass Gehirne von Erwachsenen aber irgendwann unempfänglich dafür waren. Und da haben wir dann eben schon, ja, bei sowas eben wie Frankie, das eben, was der Folge ihren Namen gibt, nämlich den Generationsverlust. Also Haloris, kann man sagen, hatte dann, sobald diese Kindergeneration erwachsen wurde, hatte sie dann die vollständige Kontrolle eigentlich. Genau, sie hat gewonnen. Und das ist dann das letzten Endes, worauf das Ganze hier hinausläuft. Und hier laufen dann auch diese Handlungsstränge. Also sie konvergieren hier eigentlich so gesehen, weil wir verstehen halt, wie lange oder wie weit Bernard wirklich dort gesessen hat, nämlich volle drei Jahrzehnte. Und wenn man das dann hochrechnet, dürften es im Host-Paradies 30.000 Jahre gewesen sein, die er dazu gebracht hat. Caleb ist schon seit über 20 Jahren tot. Seine Tochter ist erwachsen, nennt sich Sia, aber heißt eben natürlich immer noch Frankie. Und als Caleb das dann begreift, merkt er eigentlich, wo er hier die ganze Zeit ist. Nämlich in einer Facility. Und wir sehen aber schon, es ist nicht die von Delos. Und er ist ein Host. Ja. Und alle anderen auch. Ja, genau, alle anderen auch. Und was ging euch da so durch den Kopf, außer fliegen? Ähm, äh, ich ... Puh, puh. Also, hm, das war auf jeden Fall so ... Also, wir hatten es ganz am Anfang schon mal, das hat sich ein Stück weit auch fast angefühlt wie ein Staffelfinale. Weil es wirklich ja noch mal so ein ... So ein Moment war, ui. Jetzt haben wir hier noch mal so einen großen Reveal. Mhm. Und ... Ja, also, ich hätte diesen Reveal, hab ich jetzt auch so nicht vorhergesehen, aber ich hab halt gedacht, okay, als dann dort ... Spätestens als sie mit Caleb da in diesem Raum saß, äh, also schon, wo Maeve noch am Leben war oder so, ich hab mir gedacht, okay, also irgendwas kommt jetzt hier gleich und am Ende sind's eh alles wieder. Oder am Ende ist es eh wieder eine Illusion oder es ist wieder ein Gedankenspiel oder es ist wieder sowas. Ja. Deswegen so den Riesen ... Also, für mich war es jetzt kein Megatwist, der mich jetzt richtig von den Socken gehauen hat, aber ich fand dadurch, dass sich ... Zum Beispiel das mit Bernhard und so geklärt hat oder auch mit Maeve, dadurch, dass so viele kleine Bögen und kleine Schlüsse auch gefunden haben und man jetzt doch ein deutlicheres Bild zumindest von der Staffel hat, fand ich diese Folge dann doch irgendwie ein bisschen befriedigender, auch wenn mich der Twist jetzt nicht umgehauen hat. Mhm. Ja gut, ist ja nicht der einzige Twist. Ja, na gut, was gab's sonst noch für Twists in dieser Folge? Also, ich fand das war ... Naja, sie führen das ja auch noch zusammen mit der Christina-Handlung. Aber da kommen wir ja gleich zu. Thilo, wie war's denn bei dir? Ja, also, der Folge wurde ja getwistet, bis der Arzt kommt, würde ich ja fast sagen. Ja, ja, gegen Ende vor allem, wirklich. Ja, ja, also, da war ich schon so ein bisschen so boah, boah, boah. Und auch, dass diese Zeitebenen sich dann getroffen haben, finde ich immer schön. Aber auch dieser, ja, Negativ-Twist im Grunde, dass Haylores im Grunde gewonnen hat, dass in der Zukunft alle kontrolliert werden von ihr durch diese Fliegen, durch diese, keine Ahnung, diesen Parasiten, das fand ich schon eine Entwicklung, die hätte ich jetzt nicht gesehen. Und jetzt macht es dann auch wieder Sinn, dass diese Widerstandskämpfer, so ein paar Überlebende, die gerade noch in der Wüste irgendwie vor sich hin darben, sind und vielleicht durch, keine Ahnung, als sie erwachsen wurden, vielleicht langsam wieder ein bisschen Kontrolle über ihr Leben bekamen. Ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Aber, ja, das hat mich schon, also, jetzt auch nicht so völlig von den Socken gehauen, aber das waren schon Twists, wo ich mir denke, okay, da habe ich schon deutlich schlechtere gesehen. Ja, also, für mich, also, es hat zwar nicht ganz die Qualität von Staffel 1 erreicht, aber es kam für mich tatsächlich doch recht nah ran, was das angeht. Ja, okay, siehste, und ich habe halt auch den, also, ich erinnere mich an Staffel 1 und wie spätestens bei der finalen Staffel, wie, was es da ausgelöst hat, dieser Twist, warum ich auch, wie gesagt, wirklich Staffel 1 auch sehr, sehr gut fand. Aber sowas, ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht liegt es auch an mir einfach. Ach, ich bin nicht mehr, bin dafür nicht mehr empfänglich genug. Oder ich, ich, mir ist es vielleicht, ich denke, dann immer so, weil es halt auch immer so aufgebaut wird und jetzt ist das wieder. Und so ähnliche Situationen oder solche Offenbarungen, die gab es ja auch schon in der einen oder anderen Art schon in Westworld. Und auch wenn, wie gesagt, ich hätte es auch nicht voraussagen können, aber irgendwie war ich dann, ja, okay, gut, dann ist das jetzt halt so. Dann ist das jetzt halt unser, unser Status Quo. Es hat mich wirklich nicht so gekriegt, wie mich jetzt, keine Ahnung, das Ende von Staffel 1 oder wie mich das, eine Offenbarung von Bernard Arnold oder so, wie mich das gekriegt hat. Ich finde, dieser Punch fehlt mir, obwohl ich es, wie gesagt, auch mal schön finde, dass jetzt mal hier, hey, Loris da wirklich, also ja wirklich an der Macht ist. Und ich da jetzt auch so ein bisschen gespannt bin, wie man daraus denn jetzt, wo geht es weiter, wo geht es hin, was wollt ihr jetzt machen? Ihr habt jetzt hier eine gigantische Ausgangssituation, ihr habt super kleine Widerstandskämpfer, aber was sie aus der Situation machen, doch, da bin ich zumindest gespannt. Wir müssen das ja noch ein bisschen, also, ich hatte ja gesagt, er sitzt dann ja nicht in einer Delos-Facility, begreift dann auch irgendwann, also, da muss man sagen, hier wird dann auch endgültig, hey, Loris als Dr. Ford 2.0 etabliert, ne, auch als sie dann sagt, es war Zeit für eine neue Storyline, a new narrative. Caleb flieht dann ja aus der Anlage und wir sehen dann, das ist dann halt die Krönung, dass wir zumindest den Handlungsort der Christina-Storyline hier auch noch reinbringen, denn er stürmt aus dem Gebäude der Softwarefirma Olympiad Entertainment und in die Stadt, die wir eben aus dieser Handlung kennen. Und da ist dann halt eben der Tower, der dieses riesige Akustiksignal über die Stadt schickt und die Menschen erstarren alle wie Hosts, das hatte auch sehr was von Staffel 1 und ... Matrix. Ja, Matrix. Matrix, auf jeden Fall, richtig, ja. Aber sowas von Matrix. Mal wieder. Generell, die ganze Handlung von Christina, die roch für mich von Anfang an nach Matrix 4. Okay, ja gut. Ja, ja, ja. Die, also die Handlung gerade von Christina, das hab ich gar nicht mehr so als Swiss. Also für mich war es dann klar, ja okay, das ist halt, das muss ja, also es würde keinen Sinn machen, wenn es irgendwie noch woanders spielen würde. Also das muss ja dann so sein. Und was für dieser Turm, stand der auf so einer Plattform, die wie das Labyrinth aussah? Oh, das könnte gut sein. Das ist möglich. Man sieht's eben nicht komplett top down, aber man sieht's so schräg von oben und es sah so aus, als wären das da die Umrisse von dem Labyrinth. Und es wird ja dann auch dazu passen, dass welche meinen, dass halt der Turm so von oben betrachtet die Form des Labyrinth-Zentrums hat. Das wird dann dazu passen. Auf jeden Fall ist es ein schöner, fieser Move am Ende der Folge. Das hatte ich ja auch schon in der zweiten, glaube ich, gesagt, dass das welchen aufgefallen war. Der Tower steht wirklich an der Stelle, wo eigentlich die Freiheitsstatue sein müsste. Okay. Das ist schon ein schönes, fieses Schlussbild. Auch dann, als dann Herr Loris sagt, willkommen in meiner Welt und dann Caleb diesen schwarzen Sack verpasst bekommt. So ein bisschen von Dystopie her so wie Planet der Affen das Ende, wenn sie so von demselben Impact hin, dann hast du dieses Wahrzeichen da und dann steht da halt einfach. Aber jetzt mal Butter bei die Fische nochmal kurz, bevor wir dann zum Ende kommen. Also bei mir war es so teils, teils. Ich habe tatsächlich, also spätestens als halt die Bernard-Handlung und ich glaube, deshalb haben sie die auch so lange rausgezögert bis Folge vier, äh drei immerhin, spätestens da hat man irgendwie geahnt, dass das da irgendwas seltsam ist. Also man hat sehr, sehr schnell verstanden, dass der nicht nur sieben Jahre geschlafen haben kann. Auch, dass hier Aurora Perineo, also you see, dass die in Wahrheit Calebs Tochter ist. Das haben wir, ja gut, da ist ja dann noch die kurze Szene, wo Bernard dann nämlich die Überbleibste des Parks ausgräbt und die Waffe und die Waffe ist nicht etwa die Leiche von Caleb, sondern, sondern Maeve. Total verstaubt, aber wohl noch intakt. Ich bin gespannt, wie sie die wieder zusammenschrauben oder zusammenflicken. Ja. Aber insgesamt, ich muss auch sagen, ich meine, also ich habe ja diese Folge weiter vorab gesehen und ich muss ehrlich sagen, also klar, es ist ein Mid-Season-Finale, aber ich bin auch so ein bisschen ratlos, was da jetzt noch kommen soll. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal auf der Hälfte der Staffel und die haben jetzt hier wirklich einen Twist rausgehauen, der Locker eigentlich, ja, für ein Staffel-Finale hätte herhalten können. Ja, vor allem, wenn man sich dann auch mal so die Trailer ansieht, in denen hat man größtenteils Material aus den ersten vier Folgen gesehen. Das heißt, das ist jetzt so noch ein bisschen wirklich, also da ist noch viel Unbekanntes und Neues, was da auf uns zukommt und da bin ich sehr, sehr gespannt. Umso schöner, finde ich. Ja, also jetzt natürlich, für uns ist das jetzt natürlich, ich finde auch diesen, diesen, dieser Zeitsprung irgendwie so von 30 Jahren, der tut auch gut irgendwie. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, der, der passt und der ist nicht so, also der ist schön eingebunden in das Ganze. Ja. Ich habe jetzt bloß die, also bitte lass jetzt nicht irgendwie jetzt in der, in den letzten Folgen da, ja gut, ein, zwei kleine Twists oder was weiß ich, werden sie da bestimmt in der Hinterhand haben oder ein, zwei kleine Verschachtelungen, aber lass es doch jetzt bitte nicht da irgendwie zum, da jetzt wirklich nur auf die Sache herauslaufen, das ist jetzt um eben nur um den Endkampf zwischen, oder wie kann man, wie kann sich der Widerstand formieren, also wenn es jetzt nur darum geht, dann. Also nur, nur Buggy in der Wüste fahren ist nicht abendfüllend, finde ich jetzt. Ja, es ist halt die Frage, ob wir nochmal irgendwas von Gangland werden, äh, zu, zu Gesicht kriegen, ne? Na, glaube ich nicht. Ja, genau. Glaube ich aber nicht. Glaube ich auch nicht. Ja. Wäre schön, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich frage mich, ob es überhaupt noch irgendwas von den Parks zu sehen geben wird, überhaupt, also weil das hat sich jetzt, ich hab auch ehrlich gesagt, als Hale da, Hale Loris da ihren kurzen Monolog zu hält von wegen, ihr habt damit angefangen oder deine Spezies hat damit angefangen, also, na gut, sie kommt, also, Caleb ist ja in dem Moment ein Host und macht ja eigentlich dasselbe mit, mit, mit ihm, also ich hab da ihre Argumentation sind ja nicht ganz verstanden. Naja, sie wollte ihn ja auch täuschen an der Stelle, ne? Ja, man darf nicht vergessen, die hat ja ganz am Ende eigentlich ihm erst oder, oder ihn darauf kommen lassen, dass er eigentlich ein Host ist und es ist ja, es ist, es geht ja um die Genauigkeit, es geht ja darum, ein Host, das ist ja wie mit Bernard, es geht da, es geht darum, einen Host glauben zu lassen, dass er ein Mensch ist. Okay, ja gut, dann streicht das. Es geht nur um die Genauigkeit, aber bei der Genauigkeit sind wir dann vielleicht auch bei der Laufzeit, die wir jetzt schon hier wieder erreicht haben, deshalb würde ich sagen, wir kommen mal zum Ende, ziehen noch jeder ein kurzes Fazit und dann verabschieden wir uns in die Wochenpause. So machen wir das. Tino, fängst du wieder an? Ach Gott, ich hab fast schon alles gesagt über die Folge, was ich sagen wollte, also es ist da mit Twist um sich geballert und das wurde ja schon vorher im Grunde ein bisschen gesagt, dass es eben Twist geben wird in der vierten Staffel, äh, in der vierten Folge, Folge, aber nach der doch etwas enttäuschenden dritten Folge hat die jetzt nicht enttäuscht. Also das war ein Twist, den ich so nicht wirklich gesehen habe, das ist ja heutzutage auch gar nicht so leicht zu machen, weil jeder will ja irgendwie tolle, kluge Twists in seine Filme oder Serien bauen und die funktionieren inzwischen gar nicht mehr so, weil es so abgenudelt ist. Da hat es jetzt für mich geklappt, ich fand, die war sehr, sehr stark, die Folge und ja, ich bin jetzt gespannt, wie gesagt, wie sie das toppen wollen und in welche Richtung es jetzt weitergeht, weil nur so ein müder Rebellenkampf, den fände ich jetzt auch nicht gerade prickelnd. Also ich hoffe, dass da noch so ein paar Meta-Ebenen kommen, ich glaube, ja, ich glaube, die haben auch noch ein paar erste im Ärmel, aber ich fand es eine starke Folge, hab sie gerne zweimal angeschaut, war wieder so viel zu entdecken und ja, ich bin mal wieder gespannt, wie es weitergeht dann nächste Woche. Paul, ich lasse dir den Vortritt natürlich. Ja, also wie gesagt, die Twists haben bei mir nicht ganz so reingehauen oder sie haben mich nicht so gecatcht, wie ich es vielleicht mir gewünscht hätte. Ja, emotional nicht so. So ein bisschen, ja, ja und wofür ich die Folge wirklich dann auch aus Staffel 4 jetzt mit die die beste finde oder zumindest bisher die beste ist, dass sie einfach so ein paar Schlüsse zieht und dass es einfach mal, dass es nicht immer nur das Verwirrspiel ist, sondern dass sich was ergibt, dass sich diese Zeitsprünge dann doch so alles schön zusammenfügt. Jetzt nicht nach dem Motto, boah, was, damit hätte ich nicht gerechnet, aber nach dem Motto, schön, dass wir jetzt da mal eine Antwort haben und jetzt können wir uns vielleicht auch noch auf andere Dinge konzentrieren. Und da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, was sie eben jetzt aus dieser Ausgangssituation machen. Auch wenn ich mir wirklich wünschte, sie würden manchmal noch ein bisschen mehr auf ihre Figuren achten und dann vielleicht ein bisschen weniger mit Symbolen unter Bild oder Teasern um sich schmeißen, als sie es jetzt hier gemacht haben. Also für mich bleibt die vierte Staffel auch immer noch, wenn ich jetzt nochmal das Bild vom Anfang hin zuziehen kann, so der niedrigste Balken. Aber jetzt mit der vierten Folge ist er zumindest wieder ein kleines Stückchen höher geworden. Und ja, also ich werde wahrscheinlich auch den Rest der Staffel natürlich noch dranbleiben. Okay, also für mich war es bislang auch, also insbesondere als ich sie dann auch mal in der finalen Version gesehen habe, bislang schon irgendwo die beste Folge bislang der Staffel. Sie wertet für mich auch so ein bisschen im Zusammenspiel mit der dritten die auch nochmal ein klein wenig auf. Und ich fand es halt wirklich gut, wie sie am Ende, ja, wirklich so diese Handlungsstränge von denen man eigentlich dachte, also von denen man zwar wusste, dass sie nicht irgendwie alle in einer Ebene spielen können, aber das haben sie wirklich gut und solide zusammengebracht. Und ich bin halt wirklich jetzt gespannt, in welche Richtung das geht. Insbesondere diese ganze Mad Max Nummer, die wir hier tatsächlich noch bekommen. Deshalb, ja, es bleibt spannend. Wir haben noch vier Folgen vor uns. Paul, ich würde mich freuen, wenn du nochmal mit dazukommst. Wird ja, glaube ich, aus Zeitgründen bei dir ein bisschen schwierig, ne? Ja, mal sehen vielleicht. Also wenn, dann vielleicht sogar gleich in der nächsten Folge. Oder, ja, müssen wir sehen. Das besprechen wir nochmal. Und dann, ja. Okay, ja. Backstage. Und der Thilo, ja, mal schauen, wie wir das machen mit der nächsten Folge, bei der fünften. Jo, genau. Also mach auch gern mal wieder eine Pause, aber bin auch gern wieder dabei. Je nachdem, ich bin da flexibel. Alles klar. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei für diese Woche und bringen uns bis nächste Woche den Titel der Folge, versuche ich jetzt gar nicht erstmal auszusprechen. Verfallen wir lieber in tiefen und traumlosen Schlummer, macht es gut. Macht's gut. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus 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 Applaus